Gute Quartiere entwickeln, wie macht man das, ist die Frage. Mein Name ist Thomas Welter, ich bin der Geschäftsführer des BDA, des Bund Deutscher Architektinnen und Architekten und quasi sozusagen heute ihr Dompteur. Das Gespräch wird hier in der Runde stattfinden, das Gespräch wird irgendwann auch für das Publikum geöffnet und ich muss für Ruhe, Anstand und den Zeitplan sorgen. Mehr mache ich nicht. Noch eine Kleinigkeit mache ich, ich darf die Gäste vorstellen. Ich darf Ihnen Frau Professor Petra Kahlfeld vorstellen. Sie hat in Berlin und in Florenz Architektur studiert, verschiedene Lehrtätigkeiten gehabt, vor allem im Bereich historische Baukonstruktion, Denkmalpflege und Entwurf, war eine Zeit lang Mitglied im Landesdenkmalrat der Stadt Berlin und seit Januar 2022 Senatsbaudirektorin in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Die Tätigkeit in dem Büro Kahlfeld Architekten ruht in der Zeit. Ich darf Ihnen vielleicht einen kleinen Applaus, guten Tag. Ich darf Ihnen Frau Professor Ute Schneider vorstellen. Sie ist Schreinerin und hat danach Interior Design, Architektur und Stadtplanung in Konstanz in Stuttgart Karlsruhe in Delft studiert. Sie gründete nach ihrem Diplom mit den drei Partnern Ippolito, mit Fleiz und Weismann das Büro Cipher Spaceworks in Stuttgart und seit 2003 begann die Zusammenarbeit mit KCAP. Das Büro in Zürich leitete sie seit 2006, 2009 die Direktion und seit 2016 ist sie Partnerin. Herzlich willkommen. Natürlich bin ich nur der Assistenzdomteur. Die echte Domteurin ist Julia Dahlhaus, die Vorsitzende des BDA Berlin. Sie hat an der Hochschule der Künste und in Aachen, an der LDPH Aachen studiert und hat dann 2004 zusammen mit Michael Müller, Maria Simons und Philipp Wehage die Bürogemeinschaft DMSW gegründet. Hat auch verschiedene andere Sachen gemacht, aber vor allem seit 2006 ist sie Mitglied im BDA und seit 2015 im Vorstand des BDA und schon seit einiger Zeit Landesvorsitzende. Herzlich willkommen. Und damit es nicht an kritischen Fragen mangelt, hat sie sich zwei Kollegen aus dem BDA Berlin, aus dem Vorstand geholt und zwar Roland Kuhn, freier Architekt BDA, hat auch hier in Berlin studiert. Das Büro Clark und Kuhn, freie Architekten, wurde 1996 gegründet, seit 2010 ist er im BDA und das jetzige Büro CKRS, Architektengesellschaft, wurde 2014 gegründet. Herzlich willkommen. Und damit die bissigen Fragen von links und von rechts kommen, sitzt dann auch Wolfgang Täter neben uns und zwar das Büro heißt STP Architekten. Die Bürogemeinschaft mit Matthias Stimper besteht seit 1993 und seit 2015 bist du im BDA. Herzlich willkommen. Wir werden einen Ablauf haben. An diesen Ablauf wollen wir uns dann alle halten. Ich achte auf die Zeit, aber wie der Ablauf aussehen wird, das erklärt Ihnen jetzt Julia Dahlhaus. Vielen Dank, Thomas. Ja, liebe Frau Professor Schneider, liebe Frau Professor Kalfeld, liebe WDA-Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, wir, meine Vorstandskolleginnen und Kollegen und ich freuen uns sehr, Sie heute zum zweiten Stadtgespräch mit der Senatsbordirektorin hier im Tautsaal im DATS begrüßen zu dürfen. Ich freue mich vor allem, dass das Interesse weiterhin ungebrochen ist und wir einen fast vollen Saal haben. Das war beim letzten Mal auch schon so. Das letzte Mal haben wir uns im Oktober letzten Jahres getroffen. Wir haben uns gemeinsam einen Überblick über Ihre Aufgaben in Ihrem Amt als Senatsbordirektorin verschafft und Sie haben uns Ihre Handlungsschwerpunkte dargelegt und mit welchen Strategien Sie Ihre Aufgaben angehen wollen oder angehen. In diesem und noch einem hoffentlich weiteren Stadtgespräch möchten wir konkret werden und einige der anstehenden Aufgaben gemeinsam erörtern. Das Format des öffentlichen Arbeitsgesprächs haben wir gewählt, weil wir als BDA Berlin unsere Erfahrungen mit den planerischen Aufgaben und das Wissen um unsere Stadt in den Ring werfen wollen. Es ist also das Angebot und der Wunsch, miteinander in einen fachlichen Austausch zu treten und zu bleiben. Das Thema heute ist eines, das uns alle umtreibt. Wie bewältigen wir die große Aufgabe, den dringend notwendigen neuen Wohn- und Lebensraum in der Stadt zu schaffen und zwar nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Es muss nicht nur viel, sondern auch gut geplant und gebaut werden. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass lebenswerte und zukunftsfähige Quartiere entstehen, also neue Stadtbausteine, die sich mit der bestehenden Struktur vernetzen und für sich selber ein gutes Stück Stadt sind. Gut meint hier sozial und funktional gemischt, so zumindest ist unsere Lesart. Klimapositiv, integrativ und ein Beitrag zur Stadtgestalt, der die Ansprüche des BDA umsetzt. Es geht uns heute nicht so sehr um die Programme der neuen Quartiere und auch noch nicht um deren konkrete Architektur. Dass neue Quartiere funktionieren, also städtebaulich, architektonisch, sozial, verkehrlich, ökonomisch und ökologisch, liegt an den Prozessen und den städtebaulichen Instrumenten, mit denen sie geplant werden. Stadtentwicklung ist ein vorausschauender Aushandlungsprozess, bei dem in ein Aufeinander abgestimmten Prozessschritten mit Planungsinstrumenten, kommunikativen Formaten und politischen Entscheidungen gearbeitet wird. Wir wollen also heute einen Blick darauf werfen, wie die notwendigen Qualitäten der Quartiere mittels der jeweils geeigneten Instrumente und Formate erreicht werden können. Welche Rolle spielt die Prozessgestaltung für die Qualitätssicherung? Aber auch, in welchen Situationen sie an ihre Grenzen stößt und die gesteckten Ziele verfehlt. Dazu haben wir uns kompetente Expertise eingeladen. Frau Ute Schneider, eine Stadtmacherin von internationalem Format, wir haben es eben schon gehört, die mit ihrem Team von KZEP, ist das richtig? KCAP, KZEP. KCAP, sorry, jetzt wissen wir es. An vielen Orten planerische Antworten für die Transformation in großer städtischer Areale erarbeitet hat. Wenn wir über gute Quartiere sprechen, müssen wir erst einmal sehen, ob wir die gleichen Vorstellungen von diesen Qualitäten haben. Deswegen haben wir die einfach mal aufgeführt. Ich glaube, in der nächsten Folie müsste man das sehen. Also, erstens, die Planung ist integrativ und denkt von Anfang an alle Aspekte zusammen. Zweitens, Quartiere brauchen Angebote für die neue Bewohnerschaft, ebenso wie die Vernetzung mit und einen Mehrwert für die bestehenden Nachbarschaften. Drittens, die innere Organisation der Gebäude, Wohnhäuser und auch der sozialen Infrastruktur sind so robust, dass sie spätere Veränderungen mitmachen können. Viertens, Quartiere sorgen für eine gute soziale und funktionale Durchmischung. Fünftens, Wohnungen, Arbeitsplätze und dritte Orte sind fußläufig erreichbar. Also Stichwort 15 Minuten statt. Sechstens, die Erdgeschosse sind so programmiert und räumlich organisiert, dass sie das Quartiersleben bereichern. Siebtens, gebaut wird nur noch klimagerecht und ressourcensparend. Wenn es Bestand gibt, hat dessen Weiternutzung Vorrang. Gebäude sind aus Materialien errichtet, die altern können und nicht verrotten. Achtens, die Außenräume haben einen hohen Erholungswert. Sie fördern das nachbarschaftliche Zusammenleben und entsprechen den Anforderungen im Klimawandel. Wir wollen unsere Zeit heute dafür nutzen, zu besprechen, wie diese Qualitäten erreicht werden. Sollten Sie aber gegen einen in dieser Punkte Einwände haben, müssen wir das auch diskutieren. Dazu haben Sie natürlich dann im Anschluss Gelegenheit. Beim letzten Mal wollten wir am Ende des Gesprächs bei der Frage landen, welches Thema wir für unsere nächste Verabredung auf die Agenda setzen. Das gilt auch für heute. Also was bleibt sozusagen offen? Müssen wir oder in welcher Form führen wir das Gespräch weiter? Mit welchem Thema? Das heutige Thema ist aber vor allem dazu angetan, Verständnis für die Arbeitsweisen der Quartiers- und Stadtentwicklung zu gewinnen. In unserer Arbeit als ArchitektInnen und StadtplanerInnen möchten wir noch besser verstehen, welche Bedeutung unterschiedliche Planungswege für die Erreichung gut gelungener Quartiere haben und wie das in Berlin von Ihnen, Frau Kalfeldt, gehamthabt wird. Daher wird jetzt zuerst, Frau Kalfeldt, werden Sie zwei Beispiele, also dem ULAB-Quartier und dem Georg Knorpark Berlin Quartiersentwicklung in Ihrer Verantwortung vorstellen. Also nicht nur, sondern es gab ja schon einen Vorlauf, aber Sie haben es übernommen und arbeiten gerade daran weiter. Frau Schneider wird uns nach Zürich ins Europa-Quartier und nach Wien zur Seestadt Aspern mitnehmen. Und weil wir das gesamte Wissen im Saal nutzen möchten, öffnen wir nach einer ersten Fragerunde, die von uns dreien erstmal gestaltet wird, das Gespräch sukzessive in den Saalen. Thomas Welter, schon angedeutet, achtet darauf, dass wir uns kurz fassen und jetzt wünsche ich uns allen in diesem Sinne einen produktiven Austausch. Frau Kalfeldt, Sie haben das Wort. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich mache dann die nächste Folie, wenn das richtig ist hier. Also in Marzahn-Hellersdorf sind wir und es sollte ja eben erläutert werden, anhand der Verfahrensschritte, wie eine qualitätvolle Entwicklung laufen könnte. Das Verfahren, was hier der Schlüssel im Grunde dann zu dem, was wir nachher als Masterplan sehen werden, das war ein städtebaulich-landschaftsplanerisches Gutachterverfahren. Wir werden ja nachher noch über die anderen Formate wahrscheinlich sprechen, sodass, ich habe jetzt wieder den Pfeil betätigt. Ja, wunderbar. Das ist jetzt Luftbild. Wir sind in Marzahn-Hellersdorf. Das, was Sie auf der Folie sehen, ist am linken Bildrand Knorr-Bremse. Knorr-Bremse kennen wir ja eher aus Friedrichshain, aus dem heutigen Friedrichshain, mit dem stattlichen Bau von Alfred Grenanda. Und diese Geschäfte mit den Bremsen in Friedrichshain, also Boxhagen, war für Schienen betätigte Fahrzeuge, brummte derartig, dass Knorr dann 1938 400.000 Quadratmeter gekauft hat. Und das auch unter, sagen wir mal, dem kräftigen Mittun von Albert Speer in der Generalbauinspektion das Industriegebiet 15 hier angelegt hat. Wir sehen links, am linken Bildrand, diese große Halle und sehen dann auf der anderen Seite der Straße noch eine Ansammlung von kleineren Hallen. Und dieses Areal, was im Grunde von jetzt nördlich der S-Bahn-Trasse S7 gelegen ist und auch gelegen ist an der, das ist meiner Ansicht nach die Märkische Chaussee und die Landsberger Allee, die dort in Nord-Süd-Richtung einmal geht und einmal nach Osten dann und nach Westen die Landsberger Allee dann stadteinwärts führt. Die erste Kontaktaufnahme war, nachdem dieses Gelände dann verkauft wurde und es darum ging, welche Nutzung, welche Nutzung soll es denn zugeführt werden? Weil es war im Flächennutzungsplan tatsächlich, also im Stadtentwicklungsplan, Gewerbe und Industrie fest verankert, sollte aber dann, ob der großen Wohnungsnot, in ein Wohnquartier gerne genutzt werden, weil, und man sieht es ja auch an der guten verkehrlichen Erschließung, vor allen Dingen halt auch direkt am S-Bahnhof Marzahn gelegen, man dieses Quartier hier als ein geeignetes angesehen hat, um MU, also ein urbanes Quartier, dort zu realisieren. Insgesamt sind hier, die ganze Größe ist 1,2 Hektar, wobei eben 8,2 festgelegt wurden für dieses urbane Gebiet. Und es sollten, oder das ist das, was dann eben der Plan war, 1.500 Wohneinheiten für 3.000 Bewohner dort geplant werden. Also insgesamt, wenn man jetzt die BGF mal, es ist, ein Teil ist im Gewerbe, in der Gewerbenutzung geblieben. Sie können sich vielleicht auch erinnern an diese Zeit, als es zwischen Ramona Popp und Frau Lomscher sehr heiß diskutiert wurde. Die eine Senatorin hat natürlich hier die Fläche für das produzierende Gewerbe sozusagen verteidigen wollen. Aber Frau Lomscher natürlich aus gutem Grund eben dafür argumentiert, dass diese Fläche auch geeignet ist, um Wohnungsbau zu machen. Und zwar eben genau 155.000 Quadratmeter BGF für Wohnen und 90.000 Quadratmeter für Gewerbe. Und das Wohnen sollte dann eben aber auch zu 50 Prozent im sozialen Wohnungsbau, mit sozialer Förderung. Jetzt habe ich gedrückt und in der großen Hoffnung. Das ist ein bisschen drückt. Ja. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Also der erste Schritt war hier, sagen wir mal, die Kontaktaufnahme gewesen. Im Bezirk natürlich selbst, Marzahn-Hellersdorf und auch im Senat, der Grundstückseigentümer. Und mit dem zweiten Schritt, das war dann eben im Sommer 2018, wurde per Senatsbeschluss die Umstrukturierung dieses Plangebietes festgeschrieben, beschlossen. Dann ein Jahr später, im Sommer 2019, gab es dann den Aufstellungsbeschluss für den B-Plan, wurde der gefasst und veröffentlicht. Und in einem weiteren Schritt, also im Sommer 2019, Aufstellungsbeschluss, im Herbst 2019, die frühzeitige Beteiligung der Behörden und auch der Töps, deren Anmerkungen natürlich dann in Form von Stellungnahmen und so weiter eingeflossen und mitbearbeitet wurden. Frühsommer 20 fingen langsam die Planungstätigkeiten oder sagen wir mal, das Konkretisieren der Instrumente an. Und mit der Ausschreibung im Herbst 2019, also wenn man jetzt Sommer 2018 für den Senatsbeschluss der Umstrukturierung und natürlich dann eben auch der Umwidmung und Herbst 2019 erfolgte dann die Ausschreibung eines offenen, landschaftlichen, städtebaulichen Gutachterverfahrens. Das Verfahren war offen, es haben sich 27 Planungsteams beworben, die Teams sollten zusammengesetzt sein aus ArchitektInnen, StadtplanerInnen, LandschaftsarchitektInnen. 27 Teams haben sich beworben, 20 wurden in einem, von einer unabhängigen Jury ausgewählt anhand von Kriterien und diese 20 haben dann eben dieses Verfahren durchgeführt und es gab drei Gewinnerbüros. Auf der Grundlage natürlich von erarbeiteten und auch abgestimmten Zielen. Dazu sage ich dann gleich noch was. Diese drei Büros, die wir hier gewonnen haben, ist Christoph Kohl, Architekten und Stadtplaner, David Schipperfield, Architekten und das Studio Fly, also Bernd Fly und Lina Sterowitz. Die Entwicklungsziele waren in der Auslobung dezidiert beschrieben worden als eine Quartiersentwicklung, eine Quartiersentwicklung, wo eine dezidiert hohe Nutzungsmischung gefordert war, ja, als eben urbanes Gebiet und zwar diese Nutzungsmischung, also ein Angebot zu schaffen von ganz vielfältigen Optionen und diese Nutzungen nicht in separaten Gebäuden zu implantieren, sondern eben insgesamt eine Integration aller dieser Nutzungen, also Wohnen mit Büronutzung, die Integration auch von nicht störendem Gewerbe in die Häuser, Einzelhandel, Freizeitsport, Bildung, Schule, Care-Aufgaben, alles das, was es dort braucht, um eben für 3000 Bewohnerinnen und Bewohner dort zu planen. Autoarm, nachhaltig, dicht, dezidiert, dicht mit Hochpunkten und auf kürzestem Weg diese Funktionen, diese Nutzungen, die ich gerade beschrieben habe. Die Jury war sehr überzeugt von dieser Arbeit, vor allen Dingen wegen der prägnanten Großform. Man muss vielleicht dazu noch sagen, dass diese denkmalgeschützten Hallen oder die eine Halle, die aus 22 Werkhallen besteht, jetzt südwestlich gelegen von dem neuen großen Wohnquartier, hat an seiner längsten Seite 250 Meter Kantenlänge, das ist ein unglaubliches Gebäude dort, wo weiterhin produziert wird. Da war natürlich dann eben auch mit der, oder bei der Entwurfsaufgabe war, mit den Lärmemissionen auch umzugehen. Das heißt, diese prägnante Großform aus diesem Ort entwickelt zu dieser anderen Großform, die da ist, diesen starken Charakter, diese ganz kräftige Setzung. Es wurde dann auch über die hohe Wohnqualität, ich könnte ja schon mal eins weitermachen, das ist der Masterplan. Genau, das ist nett, dass Sie das gemacht haben. Vielen herzlichen Dank. Und die guten Grundrisslösungen gesprochen, es wurde davon gesprochen, das sieht man jetzt in dieser 3D-Isometrie besser, dass eine gute visuelle Verbindung des Quartiers mit der umgebenden Stadt und mit den umgebenden, vor allen Dingen im Süden und im Westen auch verkehrliche Infrastruktur nach Osten hin, das ist ja der Parkfriedhof Marzahn, sich dort visuell verbindet. Die Platzierung der drei Hochpunkte wurde lobend erwähnt. Diese Hochhäuser sind, das was Sie da im Südosten sehen, das höchste, 146 Meter, das höchste Wohnhaus, was in Berlin geplant wird. Die beiden anderen 76 und 66 Meter, wobei das 66 Meter hohe im Norden gelegen ist, also wenn man das jetzt mal nach oben Norden beschreibt und eingebunden ist in eine klavierähnliche, flügelähnliche Grundrissfigur. Das ist auch weiterhin Gewerbe, weil dort von der Lärmemission irgendwie gar keine andere Nutzung möglich war. Und das war dann auch der Deal in Anführungsstrichen gewesen, wie man das produzierende Gewerbe an dieser Stelle dann doch nicht ganz eben aufgibt, sondern die 90.000 Quadratmeter BGF für Gewerbe dort belassen kann. Guter Wohnungsmix, guter Entwurf in der Anlage der öffentlichen Nutzung, Kita, Jugendtreff, Nahversorgung, Restaurants, Cafés, Laufstrecke auf dem Dach. Und zwar ist der größte dieser Höfe, ah, warte mal, gibt es hier auch einen Pointer? Soll ich mal gucken? Auf dem größten dieser Höfe, das haben Sie auch vielleicht gerade gesehen, im Masterplan war das farblich noch mal auch abgesetzt, eine Laufstrecke, sodass man, sagen wir mal, ganz unterschiedliche Nutzungen, vielleicht gehen wir doch noch mal zwei Folien kurz zurück, das, was dunkel angelegt ist, man sieht hier, die dunklen Dächer als Satteldächer sind die Denkmale, zwei von diesen Hallen, drei Hallen, im Grunde integriert in diese gesamte Gebäudekomposition und zum Wiesenburger Weg, das ist das, was eben, tausend Dank, das ist das, das hier, ich kann es nur da zeigen, wo ich jetzt bin, das sind auch noch Denkmale hier parallel zur S-Bahn-Trasse. Dieses Denkmal, dieses Denkmal und dieses, das ist David Chipperfield, Architekten und Peter Wirz hat die Freiraumplanung gemacht. Das hier ist die Laufstrecke, Sie sehen, es ist eine im Grunde Großfigur mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hofanlagen, die zu den unterschiedlichen Seiten auch durch diese Gebäudeplatzierung gerade in die Freiräume hinein, ja, wie so mit diesen Eck, mit diesen Kanten wirken kann, auch in Richtung Friedhof. Das hier ist der ganze Gewerbeanteil mit dem einen Hochpunkt und die, das ist, Upsa, Büro, nee, das stimmt gar nicht, das ist beides Wohnen. Das ist das ganz hohe, fast 150 Meter hohe Wohnhaus und dieses hier 76. Die Qualität der Freiflächen wurde auch sehr gelobt in diesem Zusammenhang und was sind jetzt, also das sind die Schritte, die gemacht wurden, was jetzt gemacht wird, es wurde dieser Masterplan erarbeitet, dieser wird jetzt in die weiteren Planungsschritte hineinreichen und vor diesem Punkt steht im Grunde, ich habe vergessen zu sagen, dass die HOBO-G dort von dem Projektentwickler, also als städtische Wohnungsbautochter involviert ist und die Wohnungen kaufen wird, übernehmen wird, die dort insgesamt in der Entwicklung dann realisiert werden. Die drei Hochpunkte, also das sind die qualitätssichernden Schritte danach, also die Erarbeitung eines städtebaulichen Vertrages ist das, was als Allernächstes ansteht, damit man die Ziele, die im Vorfeld vor auch diesem qualitätssichernden Verfahren schon formuliert worden, die jetzt größtenteils eingelöst wurden, dass man diese eben zwischen den Entwicklern, Bezirk und dem Land auch tatsächlich schriftlich fixiert. Es wird in jedem Fall hier ein Gestaltungshandbuch geben und das sowohl für die hochbaulichen Anlagen als auch für die Freiräume. Bei den Freiraumen wird sich noch etliches ändern. Das war im Vorfeld oder während des Verfahrens, bei dem ich ja gar nicht dabei war, was ich aber jetzt natürlich weiter begleite mit den Planungsteams, war deutlich geworden aus unterschiedlichen, aber wir wollten ja heute weniger inhaltlich sprechen. Das Hochhausleitbild ist hier natürlich dann auch wiederum ein Instrument, wo gerade was so die Öffnungen oder im Erdgeschoss, in den obersten Geschossen, was Räume für die Öffentlichkeit, auch Räume für gemeinwohlorientierte Nutzungen zusichert und was wir hier gemeinsam entschieden haben, ist dadurch, dass dieses gesamte Ensemble diese, sagen wir mal, als Großform spricht und seine Kraft auch entwickelt durch die, vielleicht gehen wir doch noch mal jetzt zu dir ein, Visualisierung, ich muss da hin, hopps, das war jetzt zu weit, so, man sieht ja schon, dass das, sagen wir mal, auch durch seine städtebauliche und vor allen Dingen dann auch hochbauliche Qualität zusammengehalten wird, haben wir mit Laborg, das ist der Investor dort und mit David Chipperfield, Architekten vereinbart, dass es ein konkurrierendes Verfahren geben wird zwischen Architektinnen und Architekten, die wiederum das Planungsteam aussucht und so ist es dann in einer Entscheidung dazu gekommen, nur damit ich auch wirklich alle Planer Namen nenne, Präger Richter wird das kleinere Hochhaus bauen und Rudi Zix das gewerbliche Redezeit neigt sich dem Ende und Sie haben ein zweites Projekt. Das stimmt, da haben Sie recht, dann mache ich mal, dass ich schneller bin. ULAB-Quartier in Berlin-Mitte, auch hier das Instrument der Wahl städtebauliches Gutachterverfahren, das kann man vielleicht nachher auch nochmal erläutern, warum das in diesen beiden Fällen diese städtebaulichen Gutachterverfahren geworden sind. Wo sind wir hier? Wir sind direkt am Hauptbahnhof, sehen Sie hier am rechten Bildrand, Sie sehen die Gleisharfe, die dann Richtung Westen geht, südlich der Gleisharfe der sogenannte ULAB-Park und nördlich der Gleisharfe das ULAB-Areal. Was ist ULAB? Universal Landesausstellungspark, der hieß erstmal nur LAB, also Landesausstellungspark, das war eine Gewerbeausstellungsfläche, ein gewerbliches Ausstellungsgelände, wie man das ja aus vielen Städten kennt, um 1880 errichtet, auch mit einem richtig prachtvollen Gebäude, wo dann auch so Hygieneausstellungen und sowas stattgefunden haben. Dieses U-Universal ist 1921 dazugekommen, als das ganze Gelände vor den Toren der Stadt unter der Spree gelegen zum Vergnügungspark wurde. Das Areal, Sie kennen es alle, vollkommen desolat, aus der Nutzung gefallen, ein wirklich, der Entwicklungsbedarf offensichtlich und statt irgendwie in Auflösung und das eben nicht adäquat zu seiner Lage ist ja ganz klar genutzt. Der Eigentümer, die Eigentümerin hier ist zum größten Teil des Land Berlin, außer dem Aldi-Grundstück, das Sie alle kennen, was auf seinem Parkplatz hier thront. Die Nutzungen, die hier waren und jetzt teilweise zurückgebaut werden, sind einmal die Landeslabore Berlin-Brandenburg, die komplett aus der Nutzung gefallen sind, ist eben Aldi mit seinem privaten Grundstück und der Rest hier ist eines von Rümmler in den 1970er-Jahren, 75er-Jahren, Polizeidirektion, Landeskriminalamt und solche Nutzung, die eben für das Land Berlin hier als Verwaltungsstandort mal eben errichtet wurde. Ich gehe jetzt, ach so, was man vielleicht noch in diesem Zusammenhang unbedingt erwähnen müsste, ist die Heinrich-Zille-Siedlung, das ist die Siedlung, die auch so in den 1970er-75 Volker Theissen errichtet wurde. Dann ist es ja auch der Punkt, da zeige ich jetzt drauf, wo die Invalidenstraße, an der das alles hier liegt, abzweigt von Altmoabit und Altmoabit kennen wir ja alle auch als im Grunde eine sehr, sehr schöne städtische Straße, die dann eben aber nach dem Viadukt hier, sagen wir mal, in einen Landschaftsraum übergeht, was man hier sieht, nur damit man sich besser orientieren kann, die Feuerwache von Sauerbruch-Hatten und die Marschallbrücke, die dann rüberfährt zum Kanzleramt. Dieses Verfahren hier von Januar 2021 Phase 0 mit der Erarbeitung und Abstimmung der Aufgabenstellung, Einbindung natürlich und Beteiligung der Bürger über Infoabende und Bürgerworkshops. Ein paar Monate später dann die erste Phase des wettbewerblichen Dialogs. Das hat mit fünf Büros begonnen, in zwei Dialogrunden. Man hat sich dann von fünf Büros auf drei Büros, auf zwei Büros, auf ein Büro in drei Dialogphasen und Runden hat man das bearbeitet. Gewonnen hat dann am Ende bei dem Schlusskolloquium das Planungsbüro ISSS und Bauchplan als die Freiraum Planer. Das Schlusskolloquium war im April 2022 gewesen, also das war relativ zackig und schnell durchgeführt mit vier Infoabenden und drei Bürgerworkshops. Das sind 60.000 Quadratmeter BGF, davon sind 50 Prozent für Verwaltungen vorgesehen des Landes Berlin. Der Bundesrechnungshof rechnet dem Land Berlin jedes Jahr ganz fleißig auf, was an Mietzahlungen dort zu Buche schlägt und appelliert natürlich zu Recht daran, dass das Land Berlin seine eigenen Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden dann auch bebaut, die es dann selber nutzt und man sich dann entledigt von diesen Kosten. Was wir hier sehen, in diesem Entwurf sind fünf Baufelder, das fängt an zu zählen im Osten und hört dann im Westen an der Kreuzung zu Altmoabit auf. Diese beiden ersten Baufelder, weiß ich gar nicht, habe ich hier auch eine Isometrie? Ja, sieht man sehr schön hier, sind, das ist Edge, also das Gebäude, das ist ja schon fertiggestellt worden, direkt neben dem Hauptbahnhof, dann kommt Baufeld eins und zwei mit dezidierten Hochpunkten, so wie es auch in der Auslobung benannt wurde für die Verwaltungsnutzung des Landes Berlin, dann kommt das Baufeld drei, wo Aldi dann seinen Markt integrieren wird in eine Wohnbebauung, zur Hälfte bebauen sie eben ihr eigenes Grundstück, zur anderen Hälfte ist es die Hovo G, die dort als städtische Tochter die Wohnungen errichten wird, auch im Zusammenhang mit den Wohnungen für Aldi, das Baufeld vier ist die Schule, eine integrierte Sekundarschule von der siebten bis zur 13. Klasse für 550 Schülerinnen und Schülern und das letzte Baufeld ist ein Wohnungs Baufeld mit entsprechenden das sehen sie insgesamt Hochpunkten auch auf der Schule wird es einen Hochpunkt geben fürs Wohnen und das letzte Baufeld ist Nummer fünf in Validenecke orientiert sich ja auch das sehen sie an diesem sehr sehr schönen Bestands Wäldchen dort zu Altmoabit insgesamter Wohnungsneubau die Entwicklungsziele hier waren natürlich und das sah man sehr sehr schön sieht man hier auch ein neues zusammenhängendes Quartier zu schaffen und einen neuen zusammenhängenden Stadtraum zu schaffen der eben diese Insellage beseitigt und da weiß man gar nicht genau wer da alles also da waren alle auf einer Insel weil das einfach ein ganz autistisches Areal man sieht es ja bis heute auch ist ohne dass da viel Publikumsverkehr oder sowas stattgefunden hätte weder im Landeslabor noch bei der Polizei Landespolizei also eine Reurbanisierung des Areals adäquat zu seiner Lage im Grunde eine Brownfield Entwicklung es war komplett versiegelt es wird deutlich weniger versiegelt sein als vorher Rückbau des Landeslabors Erweiterung Einzelhandel mit der innerhalb dieses Programmes auf Supermärkten Wohnungen zu errichten Neustrukturierung und Erweiterung auch der Polizeiflächen Etablierung sagen wir mal einer Verknüpfung Durchlässigkeit des ganzen Quartiers in alle Richtungen und da sehen Sie natürlich die große Barriere der Gleisharfe die ja dann in den Hauptbahnhof in einer gewissen Höhe eindockt da ist genug Platz drunter um Sport so wie wir das vielleicht bei der Seestadt Aspern gleich auch sehen um Sportflächen um Fahrrad Garagen und ich weiß nicht was alles zu etablieren dass es einfach sowohl in Nord-Süd-Richtung an verschiedenen und vielen Stellen eine Durchquerung in den Ullab-Park auch ermöglicht wird weil dieser Ullab-Park der ist auch total überhaupt gar nicht genutzt und die Jury war sehr überzeugt Stefan Schwarz war der zuständige entwerfende Architekt dort bei ISS reconnected dass er insgesamt eben sagen wir mal dieses städtebauliche Konzept eine sehr 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 gute Grundlage ist um weiterzuarbeiten dann mit weiteren Hochbau Wettbewerben Nu ist Schluss Wunderbar Dankeschön Ja unsere Idee ist dass wir nahtlos übergehen und gute Schneider uns ihre Auswahl von zwei Quartieren vorstellt um damit wir dann später in die Fragen einsteigen können Danke Brauche ich glaube ich die andere Präsentation Vielen Dank erstmal ich werde glaube ich viel viel mehr über Prozesse sprechen und sozusagen Projektprozesse oder Organisationen als jetzt die Projekte selbst weil die Frage war also an mich gestellt gewesen gute Quartiere wie entwickeln wir die wie macht man das geben kurzen Einblick wer wir sind was wir machen um dann vielleicht auch ein paar Fokuspunkte wie wir damit umgehen aufzuzeigen jetzt versuche ich mein Glück hier mit diesem Teil ja also einerseits Büro dann was ist die Herangehensweise und dann komme ich zum Thema wir wir sind ups das war zu schnell bei mir geht das schneller was vielleicht noch wichtig ist dass wir sehr stark aus verschiedensten also innerhalb verschiedenster Maßstäbe operieren das heißt sowohl in der Stadtplanung als auch im Territorial Architektur und auch im Landschaftsraum und das auch sehr wichtig finden dass diese Disziplinen grundsätzlich vertreten sind auch über verschiedene Maßstäbe das heißt es geht grundsätzlich auch darum also wirklich Lebensumfelder zu generieren Transformation von Bestand Kulturen Bildung im Prinzip damit reinzubringen dann Strategic Development die Hafencity Planung kennen sie alle gemeinsam mit Astro geplant dann Arbeits- und Innovationsumgebung Ausbildungsumgebung aber auch Resilient Landscapes oder Cultural Landscapes und im Prinzip sehr sehr viele Bahnhofsareale was sind so diese wesentlichen Treiber für Entwicklung natürlich stehen da im Zentrum natürlich die Herausforderungen Climate Change Climate Adaptation Digitalisierung aber auch sozioökonomische Prozesse und dann sehen sie aber rechts und links welche Themen da jeweils zu bedienen sind die sind sehr vielfältig und die sollten grundsätzlich auch integriert betrachtet werden und nicht in Sequenz hintereinander weg was wir daran wichtig finden um wirklich nachhaltige Quartiere entwickeln zu können ist einerseits eine Dichte die nicht nur übrigens über Quantität geht sondern auch über programmatische Dichte soziale Dichte etc. und dann aber auch in welche Integration und Koexistenz geht das mit Stadt, Natur und Natur was sind Transformationsprozesse die dann auch eben zirkulär funktionieren können und was ein wesentlicher Aspekt ist auch sowohl im Prinzip in dieser Stadtproduktion oder Quartiersproduktion aber auch wie wir das erarbeiten sollten in einem interdisziplinären oder multidisziplinären Prozess ist Ko-Kreation und Kollaboration weil ohne das glauben wir nicht dass es funktioniert das heißt wir versuchen das auch in den Arbeitsprozessen grundsätzlich da sehen sie verschiedenste Einblicke Förderung von kreativen Prozessen durch Dialog Nutzung von Design als Werkzeug im Prinzip für komplexe Veränderungen und das dann einerseits im Büro aber auch im Prinzip in Diskussionen um links sehen sie ein Projekt auf das ich eingehen werde Europa-Le ein Diskussionsprozess innerhalb eines Auswahl-Testplanungsverfahren für den Hauptbahnhof in Zürich aber auch partizipationische Prozesse wie unten links oder unten links die zwei einmal in Köln für den Südpark dann aber auch im Prinzip die IWA Heidelberg aber auch dann eigentlich mit den unterschiedlichsten Partnern die sehr sehr unterschiedlich in Teams zusammengestellt werden je Projekt und je Aufgabenstellung das heißt da gibt es kein Allgemeinrezept sondern es wird eigentlich grundsätzlich in diesen interaktiven cholera-ativen Zusammenarbeiten dann eigentlich gemeinsam geschaut und vor allen Dingen dann auch mit lokalen Partnern also es ist uns auch sehr wichtig im Prinzip dann zu Lösungen zu kommen ein Thema ist dabei ganz bestimmt die Kreation von offenen Städten das heißt nicht in Silos zu denken oder in insulären Situationen sondern die zu überlagern und im Prinzip diese Offenheit zwischen unterschiedlichen Quartieren und auch Diversität herzustellen und das jetzt an zwei Beispielen ich habe es im Vorfeld auch ein bisschen diskutiert mit dem BDA welche Themen wären da interessant einerseits ist das Beispiel der Europa-Leh in Zürich ist ein Bahnhof Areal schließt ein bisschen dran sehr innerstädtisch eines der best erschlossenste Orte der Schweiz also der best erschlossenste eigentlich öffentlich war auch damals im Prinzip so dass wir hatten noch nie den Luxus eine maximale Anzahl von Stellplätzen herstellen zu müssen keine also eine minimale Anzahl es gibt mehr gibt es nicht also die meisten Leute bekommen ein GA Generalabonnement heißt es im Prinzip die Bahncard 100 und keinen privaten Stellplatz was heißt es im Prinzip in dieser wie gehen wir damit um oder auch wie können wir solche Orte die teilweise auch als Nicht-Orte in der Stadt im Prinzip wahrgenommen worden komplett unzugänglich waren blinde Flecken eigentlich plötzlich zu Stadtvertieren machen und eines der Aspekte darin ist auch wie kann man Infrastruktur letztendlich so einen Gleisraum auch als Flussraum in der Stadt betrachten weil das prinzipiell geht also Sie sehen wie zentral das Ganze ist als wir damals gesagt haben die Plattformen äußersten Plattformen werden als sozusagen Gehsteig verlängert von vorne bis hinten hat uns jeder noch ein bisschen für verrückt erklärt weil jeder meinte da geht keiner hin heute sind sie recht beliebt und eigentlich im Prinzip Teil der Stadtstruktur man ist davon ausgegangen nachhaltige Stadtentwicklung allerdings war da also an Bestand letztendlich zu halten gab es ein Postgebäude und im Prinzip das Stellwerk was Sie oben links sehen das war das höchste Gebäude im Areal ist heute eines der kleineren aber auch wie geht man mit diesem Monument rechts oben um dahinter stand noch die Post es war damals noch nicht klar ob man die wirklich abbrechen wird auch da vielleicht zum Verfahren da gab es diverseste Verfahren auch gescheiterte Verfahren es gab das Eurogate davor das ist über ein Referendum gestürzt um dann eigentlich über ein Testplanungsverfahren aber auch über verschiedenste Vorarbeiten letztendlich die darauf hingeführt haben dann eine Auswahl zu treffen und darauf aufbauen wurde dann jedes Baufeld einzeln nochmal in einem international ausgelobten Wettbewerb letztendlich dann entschieden meistens sehr wohl sehr viel Schweizer Ergebnisse weil einfach da auch ein gewisser Ästhetikstandort gefragt wurde aber es waren eigentlich im Prinzip immer sehr sehr international ausgeschrieben die Themen um die es grundsätzlich ging waren natürlich einerseits gesellschaftlich das heißt soziale Verträglichkeit Qualität und Akzeptanz dann wirtschaftliche Themen ökonomische Qualität und die Marktfähigkeit und aber auch Umweltthematiken ökologische Qualität Städtebau die heute sicherlich nochmal ganz andere sind als sie damals 2003 der Fall waren also sind die Anforderungen natürlich wesentlich und zum Glück auch gestiegen das Ganze aber auch im Prinzip letztendlich sehr sehr öffentlich diskutiert natürlich in einem ganz anderen System nämlich der Direktdemokratie der Schweiz es kam zu einer Volksabstimmung da wurde auch extremst dagegen gewettert das kann ich im letzten Bild auch zeigen auch da hat es das Projekt im Prinzip bis auf die Gazetten in den ersten Seiten geschafft und im Prinzip natürlich Gegner aufgerufen wenn Fachleute Fachleute wussten im Prinzip dass bestimmte Dinge so nicht realisiert werden können aber natürlich nicht alle das heißt mit diesen Prozessen ist umzugehen und darauf zu reagieren um dann letztendlich auch im Prinzip sowas wirklich umsetzen zu können das Ganze basierte auf einem recht flexiblen System Sie sehen unten links den ersten Masterplan da gab es diverse dann oben halbe Mitte rechts dieses etwas bunte Modell was eigentlich im Prinzip nur eine mögliche Einfüllung war und links daneben zwei von mehreren getesteten Einfüllungen die dann letztendlich eigentlich sich entwickeln können das heißt kein fixierter kein fixiertes kein fixierten Masterplan sondern so einer der im Prinzip entsprechend der sich ändernden Randbedingungen wachsen kann wesentlich war auch da eine Nutzungsmischung Dienstleistung Büro 48% dann 11% Retail Gastro in Fallen in Erdgeschossen Wohnhotel Residenzen 22% relativ wenig fanden wir für den Standort haben wir aber nicht mehr durchbekommen Bildung und Schulen zum Glück 20% wäre das nicht gekommen wäre im vorderen Bereich wahrscheinlich was ganz anderes entstanden das kann man als Planer letztendlich nicht festlegen das sind dann teilweise städtische politische Entscheidungen aber auch Marktentscheidungen aber ich kann sie im Prinzip zum Stück einen großen Teil definieren das sehen Sie hier im 3D dann nochmal man sieht im Prinzip den Erdgeschossen sehr sehr viel da komme ich dann nachher nochmal im Detail drauf zu sprechen sehr sehr viel Retail Gastro dann sehr sehr viel Dienstleistung Büroflächen die pädagogische Hochschule im vorderen Bereich was sicherlich ein sehr gutes wohnen interessanterweise in einem Bereich in der lärmtechnisch am heikelsten war nämlich nicht die Gleise sind das Problem sondern die Straße ist das Problem das ist dann vielleicht auch noch interessant zu wissen das ist hier natürlich speziell weil keine Cargo Linien in diesen Bahnhof einfahren was wesentlich war ist zum Beispiel dann aber auch die Nutzungsschmissung Sie sehen oben die oberen Geschosse und unten eigentlich die Erdgeschosse als damals Google auf die SBB zukam wurden wir etwas nervös und haben dann auch mal angerufen gesagt halt stopp bitte die Gebäude werden hier nicht mit Brücken verbunden nein nein das möchte man gar nicht mehr sondern sie sind auch sehr dezent eigentlich angeschrieben aber 50% dieser Dienstleistungsnutzung sind von Google besetzt wichtig und wesentlich ist aber vor allen Dingen die Untergeschosse also die Erdgeschosse sehr sehr viele Mieterinnen sehr sehr viel bunte Mieterinnen und das ist nicht von allein entstanden sondern natürlich mit einem Ökonom und diversen anderen Playern und sehr bewusst den Fokus auf einerseits drei unterschiedliche Retail-Achsen zu bilden Sie sehen eine entlang dieser Lagerstraße die gelbe komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen dann die mittlere Allee die eigentlich eine Zubindung im Prinzip zum zweiten Bahnhofsplatz ist und damit letztendlich auch die A-Locations bietet und dann aber auch eine innere Erschließung also eine innere Retail-Achse durch das ehemalige Postareal was dann die SBB letztendlich explodiert hat waren wir auch nicht so erfreut die als innere Passage zu planen aber auch damit muss man dann umgehen wesentlich für die Funktion und Qualität von solchen Quartieren ist vor allen Dingen die Porosität und die Kleinteiligkeit im Erdgeschoss Sie sehen eigentlich im Prinzip da sehr sehr kleinteilige Nutzung entlang dieser Lagerstraße es war eine sehr bewusste Entscheidung der SBB und auch der Stadt da ganz kleine Units zu bilden die auch im Prinzip von der benachbarten Langstraße im Prinzip von Nutzern angeeignet werden können auch zu besonderen Mieten vor allen Dingen den Eingangsphasen und keine großen Einheiten da zuzulassen diese großen Einheiten die hat sich die SBB dann erlaubt in dieser blauen Passage die durch diesen Neubau des Postgebäudes gehen aber dass da wirklich auch Autorenmitriere Identifikation mit dem Quartier entsteht das hat zum großen Teil auch recht gut funktioniert sind wirklich sehr kleine ganz diverse Ladenlokale das kurz ein paar Facts und Figures man sieht hier an der Ecke das ist eigentlich finde ich so ein bisschen eine der gelungensten Ecken im Prinzip dann Richtung Langstraße die letztendlich eigentlich so die Ausgehmeile aber auch im Prinzip die Kernachse des Rotlichtviertels in Zürich ist wo dann eigentlich letztendlich die Öffnung in eine Unterführung gemacht wurde und dies umspült sowohl entlang der Gleise als auch zur Straße hin und das 25 Hours dann hat sich da etabliert um letztendlich eigentlich diese Porosität auch zum Bahnhof und auch vor allen Dingen die Sichtbeziehungen über dieses Gleifeld hinaus zu maximieren also es geht nicht unbedingt immer nur um Zugänglichkeiten sondern es geht vor allen Dingen um Blickbeziehungen in die zweite oder die dritte Schicht dass ich weiß was auf der anderen Seite passiert und das Projekt war jetzt also die Europalie war im Gegensatz zu Eurogate nicht ein großes Gebäude was es damals war sondern eigentlich mehrere kleinere Baublöcke die auch in sich nochmal eine Durchwegung haben das heißt es gibt eine Differenzierung zwischen öffentlichen Achsen und sozusagen einer Sekundärdurchwegung durch alle Baublöcke durch die Seestadt Aspern eher eben das Konzept dann auf der grünen Wiese die haben wir natürlich nicht geplant das möchte ich gleich mal dahingestellt haben das ist ein Masterplan das war eine Wettbewerbsentscheidung an dem sich KZB damals mit Astag auch beteiligt hat den hat damals Torwart Arktik sind Blenners gewonnen das war 2005 wenn ich mich richtig erinnere man sieht aber hier ganz klar wirklich eine Neustadtentwicklung auf der grünen Wiese die Kernstadt Wiens befindet sich hier wenn man in Wien wo ich jetzt ja seit zwei Jahren im Prinzip doch recht häufig bin von der Stadt spricht dann spricht der Wiener im Prinzip hier von das wird als Donaustadt bezeichnet und nicht als Wien sehr oft und innerhalb natürlich innerhalb der politischen Grenzen aber Wien hat natürlich das Potenzial konzentrisch sich zu entwickeln um diese doch Lebensader und auch Infrastrukturlinie der regulierten Donau das ist der Masterplan von Torwart Architects und Blenners kennen es viele wahrscheinlich im Prinzip mit dieser Ringstraße aber natürlich auch diesem sehr zentralen Element des Sees da gar nichts aufgenommen dessen was das Flugfeld Astbahn früher war das haben einige Planer unter anderem auch wir damals im Prinzip übernommen und wir waren immer so ein bisschen oder ich auch persönlich war oftmals sehr kritisch diesem Plan gegenüber je mehr ich jetzt seit ich im Beirat des Astbahnbeirats auch bin und die Seestadt immer wieder besuche ich finde es schon ziemlich ich finde es sehr sehr interessant und auch wirklich zieht den Hut wie man eigentlich bei einer Neustandentwicklung dieser Dimension so schnell zu einer Urbanität kommen kann also das muss man erstmal herstellen können und das schafft im Prinzip dieser Plan aber auch der Prozess und wie das Ganze aufgegleist ist und ich glaube da hängt vieles davon ab weil alleine der Plan würde natürlich niemals reichen wenn im Prinzip erstens mal sowohl letztendlich dann die Konstruktion dessen wie das geplant wird mit wem das geplant wird mit welcher Entwicklungsgesellschaft das geplant wird also das ist eigentlich im Prinzip ich nenne es oftmals so ein bisschen das Pendant zur HafenCity GmbH die 3420 eine Entwicklungsgesellschaft eine Tochtergesellschaft der Stadt Wien die aber da sehr unabhängig mit Mandat operieren kann und das ist glaube ich genau der Punkt das heißt der Fokus ist auf der Vermarktung dieses Areals es wird natürlich ausgehandelt mit der Stadt es wird sehr sehr viel integriert mit der Stadt geplant das ist eines der Vorzeigeprojekte der Stadt Wien das gibt es ansonsten in der Stadt Wien so nicht weil da dann eigentlich die einzelnen Magistrats sozusagen Senatsverwaltungsentitäten letztendlich koordiniert werden und nur in dieser Koordination ist es überhaupt möglich sowas herzustellen dann ist aber auch wichtig dass auch das noch nicht ausreicht sondern dass man natürlich also Sie sehen hier im Prinzip welche Dimensionen das hat das ist jetzt schon ein Stück weit weiter entwickelt worden man hat hier natürlich den ersten Move gemacht die EU erst die öffentliche Nahversorgung also den öffentlichen Verkehr mit der U2 hinzulegen und dann mit der Stadtentwicklung zu beginnen aber auch diesen See als Zentralität der ist inzwischen so beliebt dass die Leute Angst haben dass zu viele Leute reingehen weil er sonst kippen könnte das muss man dann auch wieder regulieren Sie sehen im Süden im Prinzip diese Risiken immer noch sozusagen stehende Opel Anlage die wird sicherlich auch peu a peu natürlich dann eigentlich sich verändern und hier eigentlich mal so ein Blick in dieses inzwischen schon eigentlich Zentrum dieser Seestadt die interessanterweise bei den Seestädtern die da leben hoch beliebt ist bei Umfragen im Prinzip was sehr spannend war letztes Jahr dass sie das Gefühl haben sie leben wie im Dorf das finde ich schon eine ziemlich interessante Aussage bei einer Dichte die diese Seestadt herstellt das heißt es geht nicht um die Dichte per se sondern wie sie eigentlich zusammenleben das heißt die meisten Leute kennen sich man trifft sich es gibt im Prinzip sehr sehr viele gemeinschaftliche so Joker-Räume in denen im Prinzip auch sie sich Leute aneignen können da ist extrem viel über Gebietsmanagement aber auch eigentlich über die Planung der Projektentwicklungsgesellschaft die dann wieder neue Entwicklungsgesellschaften für die Erdgeschosse komme ich gleich drauf zu sprechen dann etabliert haben weil diese hätten sich so nicht von alleine entwickeln lassen man hat sehr früh schon im Plan eigentlich sich überlegt wo sind im Prinzip sozusagen Entwicklungszonen für soziale und kulturelle Einrichtungen das sind die Orangenen wo sind letztendlich dann soziale Infrastruktur Rosa sieht man jetzt hier an den Ecken wo sind kommerzielle Einrichtungen auch genau geschaut wie man das organisiert auch in Wien ist es nicht einfach dass die Wohnungsbaugesellschaften im Prinzip sagen das mit den Erdgeschossen ist schwierig dann hat man bei der 3420 dazu entschieden dann packen wir das selbst an gründen eine eigene Gesellschaft die die Erdgeschosse managt und ihr macht alles andere drüber das funktioniert recht gut diese Einkaufspassage man sieht hier im Prinzip diese roten Elemente die wurde dann eigentlich an eine Gesellschaft outgesorst die das Ganze managt ähnlich wie in einer Shopping Mall wo sind die Ankerpunkte wo sind kleinere Einheiten dazwischen scheint inzwischen so interessant zu sein wenn das selbst die Kernstadt darauf schaut wie funktioniert diese gemanagte Einrichtungen wie sind diese rosetroten Zonen belegt was heißt es dann die Stadt der kurzen Wege das funktioniert dort wirklich gut das heißt es sind eigentlich Versorgungseinheiten im Prinzip dort angebracht die Leute fühlen sich da auch wohl interessanterweise hört man sehr viel Kritik die kommt glaube ich zum großen Teil aus der Kernstadt und manchmal fragt man sich ob diese Leute wirklich überhaupt mal da waren weil in sich an sich funktioniert das Quartier sehr sehr gut und interessanterweise scheint auch das Markus Wild ist von dieser Gesellschaft SES die im Prinzip dann die kommerziellen Flächen die Retailflächen entwickelt haben dann zu sagen 14 dieser Geschäfte gibt es immer noch die ganz am Anfang da und eine haben sich im Prinzip sehr sehr groß sehr sehr stark entwickelt das heißt mittlerweile hat sich das auch selbst in der Innenstadt rumgesprochen und es gibt sehr sehr viele Anfragen auch wie habt ihr das denn eigentlich geschafft wie funktioniert das und wie kann man das letztendlich organisieren das heißt es geht nicht von alleine ich muss mir das wirklich überlegen und ich muss da auch die dementsprechenden Partner mit reinnehmen und es ist auch bei der Europa-Linie nicht von alleine gegangen sondern da ist sehr viel drüber nachgedacht worden von Experten die sich damit auskennen da haben wir nicht mehr viel mit zu tun gehabt wir haben teilweise natürlich dann mitsprechen können welche Nutzungen wären vielleicht interessant man hatte damals auch eine Volksküche aneignung die kam dann auch nicht aber das sind Prozesse die ständig im Fluss sind und die sich ständig verändern und das ist eigentlich dann auch einfach Stadtentwicklung die auch nicht aufhört die hört dann auf wenn im Prinzip das Ganze dementsprechend bezogen ist und in sich funktioniert und teilweise müssen sie dann noch gemanagt werden was die Grundlage dessen ist ist wirklich ein flexibler Masterplan und das ist nicht von uns das plädieren wie immer sondern das ist im Prinzip eigentlich auch sagen wir mal ein Fazit aus der Seestadt auch da gibt es grundsätzlich Weiterentwicklung die 3420 als Entwicklungsgesellschaft ähnlich wie auch die HafenCity GmbH in Hamburg haben immer wieder weiter geplant immer wieder fein justiert aber und das ist wichtig mit einer Kontinuität von Leuten das heißt auch hier ist der Masterplaner immer mal wieder dabei um letztendlich im Prinzip wenn lokale Planer daran arbeiten letztendlich auch wieder da fein justieren zu können dass Entscheidungen die aus bestimmten Gründen gefallen sind auch nicht verloren gehen weil die kann ich einem Plan nicht einfach so entnehmen und das ist unserer Meinung nach schon auch ein bisschen das Geheimrezept also das sowohl im Prinzip auf der Planerebene aber auch auf der Ebene der Stadt als auch im Prinzip dann einer Entwicklungsgesellschaft etc. dass es eine gewisse Kontinuität gibt weil ansonsten extrem viel Know-how verloren geht Gebietsmanagement ich bin sofort fertig Gebietsmanagement kann dafür zu solchen belebten Straßen es ist vorletzte Folie vielen Dank Ja ganz herzlichen Dank an beide puh ich bin jetzt ein bisschen platt und zwar kommt es jetzt mir zu dass ein Stück weit erstmal der Versuch das zusammenzufassen und zu sortieren und die erste Frage zu stellen was ich erstmal übergeordnet vorneweg sagen muss wir hatten ja bestimmte Wünsche welche Quartiere sie auswählen also Urlaubquartier fanden wir interessant eben mit der Europaallee auch zu vergleichen ich denke das geht auch ganz gut und Seestadt Aspern fanden wir einfach wegen der Prozesshaftigkeit sehr spannend und weil wir es einfach wichtig fanden auch tatsächlich nochmal jetzt nach vielen Jahren das zu beleuchten wo stehen wir da eigentlich mit dem Quartier weil Stadtentwicklung ist ja auch oft sehr undankbar also wenn wir gerade heute über die Europa City sprechen dann rümpfen wir vielleicht die Nase aber vielleicht funktioniert es ja in zehn Jahren also man muss da einfach auch an anderen Prozessen denken und Sie Frau Kalfeld da komme ich jetzt mal gleich drauf zu haben dann ja noch das Knorr-Areal also die Knorr-Bremse gewählt und was ich jetzt wirklich interessant fand sind zwei Aspekte und zwar haben Sie Frau Schneider gesagt offene Städte nicht in Inseln denken und Sie Frau Kalfeld haben sich zwei Inseln ausgesucht und was ich tatsächlich auch daran spannend finde ist also die Bilder die Sie ausgesucht haben oder die Inseln das ist ja da schlägt ja das Architektenherz also das sind ja einfach irgendwie also so eine Setzung wie die von also mir geht es zumindest so und gleichzeitig ist haben Sie gesagt Frau Schneider es ist bei Seestadt Aspern wo vielleicht nicht immer das Architektenherz schlägt schnell zur Urbanität gekommen und jetzt ist eigentlich meine Frage als erstes an Sie Frau Kalfeld meinen Sie also ist es überhaupt das Ziel dass es bei der Knorr-Bremse schnell zur Urbanität kommt und dann wäre vielleicht die nächste Frage wie und andersrum die Frage an Frau Schneider im Rückblick jetzt vielleicht auch schon bei Seestadt Aspern wie ist es oder können wir nicht auch erstmal mit ganz starken Bildern arbeiten und dann die Prozesse unterlagern das wäre jetzt mal also mit starken räumlichen Bildern Ja vielleicht also das sind wirklich zwei Insellagen gewesen das eine als reines Gewerbegebiet wo gar kein Zugang möglich war jetzt Marzahn-Hellersdorf und das andere direkt eben an der Invalidenstraße wo gar kein wo auch kein also wer geht schon gerne zur Landespolizeidirektion und zum Kriminal irgendwas das macht man dann auch nicht gerne also das ist glaube ich auch wirklich die Aufgabe für Stadtentwicklung wenn wir über Stadtentwicklung von zum Beispiel jetzt Schwerpunkt Berlin auch sprechen ist ja diese ich habe das mal so bezeichnet als so eine kritische Revision der Stadt überall da wirklich wie so ein Text durchzugehen und zu sagen falsch nicht gut formuliert zu kurz gesprungen was auch immer ich meine die Stadt wird nicht größer und diese diese Ressource Boden wir wissen mittlerweile diskutieren wir das wie kostbar und auch überhaupt nicht vervielfältigbar das ist wir müssen einfach deutlich lernen viel besser lernen wo haben wir Flächen geopfert für Nutzungen die das nicht wert sind einfach Boden zu beanspruchen also da könnten wir jetzt über verkehrliche Infrastruktur reden oder eben über so vollkommen unternutzte fernutzte und egal welche Flächen wo es einem in der Seele leidtut wenn man dort vorbeifährt und unadäquate Orte öde Orte ja das muss überhaupt finde ich nicht sein wir können ja natürlich nicht überall gleichzeitig das ist auch gar nicht die Frage aber diese Inseln zu erschließen und das ist ja das was wiederum auch bei der Transformation von bestehenden Gebäudeanlagen passiert auf einmal sind die Teil eines Stadtgrundrisses was sie vorher gar nicht waren und das sind das ist die große Chance und da sind aber auch die Schätze zu heben wenn ich jetzt bei dem Knorrpark das ist eine wahnsinnig große Setzung man hat es ja ein bisschen bei der Visualisierung gesehen bei den Modellen sieht man es dann nochmal besser wo ich aber denke also an der Lage am Friedhof das ist ja jetzt nicht die Kernstadt fährt man weiß ich jetzt nicht wie lange man mit der S-Bahn von Marzahn zum Alex fährt die ist ja relativ weit weg also das muss aber auch die Kraft haben einen eigenen Ort zu etablieren in dieser Lage zwischen Friedhof Autobahnkreuz und S-Bahn Strecke und das also ich konnte die Erläuterungen dann der Jury sehr sehr gut nachvollziehen vor allen Dingen wenn man eben andere Arbeiten auch gesehen hat um zu sagen ja diese riesig große Gewerbehalle die daneben ist das kann das und es differenziert sich aber unglaublich aus und das was wir was wollen wir denn erreichen eigentlich mit diesen neuen Quartieren Sie haben es ja auch finde ich an diesen beiden Beispielen sehr gut gezeigt also gezeigt dass es wirklich lebendig ist dass es lebenswert ist dass es aber auch sagen wir mal eine Komplexität hat ob das jetzt urban ist also ob man das als ob man dazu sagen würde urban aber es ist zumindest ein ganz sagen wir mal kraftvoller Ort der eine unglaubliche Nutzungsmischung bringt darauf bin ich ja jetzt gar nicht eingegangen es gibt so eine Art Hauptstraße die in die also durch den einen Hof auch durchführt durch diesen Haupthof wo eben alle öffentlichen Nutzungen angegliedert sind und das ist vielleicht sowieso diese Arbeit finde ich beeindruckt durch die Form und durch die Ausdifferenzierung wiederum dieser Form wie sie sich verhält zu den unterschiedlichen Seiten nach außen aber auch nach innen wie sie dann die Bausteine von denen ich schon glaube dass sie ein gutes Quartier das Potenzial haben gute Quartiere zu etablieren indem eben eine gute Nutzungsmischung da ist indem auch eine soziale Vielfalt da ist also das sind ja hier die Anzahl der Wohnungen habe ich jetzt gerade nicht parat aber das sind auch studentische Wohnungen es sind alle das haben wir auch 1500 hatten sie gesagt 1500 Wohnungen davon sind 440 studentisches Wohnen und dann von dem was dann noch bleibt 50% sozial also für niedrige und mittlere Einkommen und das haben wir auch vereinbart alle Wohnungsgrößen durch also das was man ja oft auch sieht dass gerade bei diesen Neubauten für Wohnungen dass da immer so nur ein und zwei Zimmerwohnungen gebaut werden ich finde das ist unangemessen mit so einer großen Bauaufgabe immer darauf zu hoffen dass der Gebäudebestand die Vielfalt für die Lebensformen und für die Grundrissvielfalt bietet da müssen die Neubauten auch mit das mögen manchmal die Vorhabenträger nicht so gerne wenn man dann eben sehr gerne auch 4, 5, 6 Zimmerwohnungen ja dass wir einfach dass man die Chance nutzt die so ein großes mit 1500 Wohnungen Dings bietet dass alle diese Register von Qualitäten fürs Wohnen auch durch zu deklinieren Robustheit finde ich auch wichtig immer noch was macht die was macht was sind gute Bausteine um gute Quartiere zu machen Sie haben es vorhin auch gesagt weiter baubar bleiben also tatsächlich eine eine Robustheit für Veränderungen in der Programmierung auszuhalten und nach wie vor und immer wieder die öffentlichen Räume da wo sich die Menschen begegnen da wo sie sich als Teil einer sozialen Gemeinschaft fühlen und auch sagen wir mal sehen erleben können bis hin eben zu privaten Räumen als Rückzugsräume die in diesen Höfen da ja auch gewährleistet sind Wie wäre es liebe Runde wenn es ein bisschen interaktiver wäre Genau das wollte ich jetzt Vielen Dank Ich wollte jetzt tatsächlich Ute Schneider fragen also ich weiß nicht inwieweit sie jetzt die Knorr-Bremse kennen aber tatsächlich sind es ja aus meiner Sicht tatsächlich die halt metrale Beispiele also einmal die Seestadt Aspern und meinetwegen die Knorr-Bremse Sie haben gesagt tatsächlich in die Seestadt Aspern ist sofort oder sehr schnell eine Urbanität gekommen also einfach mal die Frage welche Bausteine und bei der Knorr-Bremse so habe ich es verstanden gibt es ja nur eine sehr reduzierte Anzahl an Playern die dieses Feld bespielen also den einen Entwickler und jetzt ist eigentlich meine Frage mal so ganz frei raus glauben Sie dass mit nur also in der mit dem Prozess ich weiß es ist ein bisschen schwierig aber was braucht man um um eben tatsächlich Urbanität dort in dieses also so wie wir es verstehen Urbanität in dieses Quartier zu bringen ja also ich glaube Sie haben ja vorhin noch eine Frage gestellt braucht es Bilder ich glaube es braucht Bilder die Seestadt Aspern hatte auch ein Bild das war der See und der ist ziemlich prägnant und der funktioniert auch als solches in eine leere Mitte interessanterweise ich glaube natürlich also Sie haben es vorhin mal angesprochen sind die Inseln also das Urlaubquartier zum Beispiel ist eine Insel mitten in der Stadt am Hauptbahnhof die kann ich öffnen die muss ich auch öffnen wir haben noch vor kurzem auch an der Charité gearbeitet ich kann da ganz anders im Prinzip ohne einen Bahnhof ich muss einen Bahnhof extremst öffnen in alle Richtungen der Stadt und das geht das geht gegen Hürden ich kann aber und da ist ein Bahnhof in Hochlage da kann ich ganz andere Dinge mitmachen also vor allen Dingen mit den Trassen drumherum das ist das eine und ich glaube schon auch dass bei das sind eben andere Ebenen von Stadtintegration also ich weiß nicht ob man zu dieser Urbanität kommt wenn man das mit einem Entwickler macht ich bezweifle das sehr stark also wir haben da selbst auch an Arealen gearbeitet die im Prinzip einfach es braucht auch da eine Mischung es braucht auch da eine Mischung von verschiedenen Entwicklern vor allen Dingen an einer bestimmten Dimension und ich kann jetzt den Plan an sich ich bin an der Großform das ist in der Groß-Großform das ist eine Antwort auf im Prinzip letztendlich dann die Großform die neben dran steht beurteilen könnte ich den nur wenn ich den Erdgeschoss Grundriss sehe und ich möchte jetzt mal bezweifeln sowohl zu einem Friedhof als auch zu irgendwelchen sei es das Justizamt oder das Polizeipräsidium was auch immer wir sollten in einer Stadt keine Rückseiten generieren und auch dahin kann ich öffnen weil auch dieses Polizeipräsidium also Friedhöfe sind interessanterweise in vielen Städten inzwischen die innerstädtischen Parkanlagen und ich muss sie integrieren weil da habe ich einen alten Baumbestand den wir hoffentlich dann auch den brauchen wir substanziell das heißt ich muss einfach wirklich sehr sehr stark schauen über verschiedene Maßstäbe wie solche Areale erschließen und dieses Denken in Inseln das sind natürlich Identitätsinseln und Charakterinseln Sie haben das Bild Sie haben das Bild gesehen von der offenen Stadt das sind unterschiedliche Bereiche da braucht es auch mal Nischen die sind nicht durchgestaltet es braucht auch Resträume es braucht auch andere Räume und ich glaube wir müssen wahnsinnig aufpassen dass wir da nicht immer nur so objektbezogen denken vielleicht kann ich ganz kurz funktioniert das hier auch gerne noch was ergänzen ich halte mich wirklich ganz kurz und zwar zum Prozess weil das ist ja auch ein bisschen unser Thema heute ich glaube soweit ich das Verfahren in der Vorbereitung verstanden habe war es ein Teilnahmewettbewerb und es wurden drei ausgesucht die teilnehmen durften Knorr Knorr Bremse das waren also nicht drei Sieger sondern das waren drei ausgewählte Teilnehmer und diese Teilnehmenden haben einen Entwurf gemacht auf dem Grundstück eines Eigentümers das ist Labor gewesen denen gehört das Grundstück und die haben eine Partnerschaft mit Hovo G um die Wohnung zu bauen beziehungsweise später mietpreisgebundene Wohnung zu haben es gab drei Entwürfe die waren alle ganz unterschiedlich sie haben die Teilnehmenden genannt einer hat parzellenbezogen gearbeitet einer hat eher so aus dieser Haltung von Wiener Architekten gearbeitet ganz anders und der erste Preis wurde gelobt aus der Juraus da haben Sie recht und auch mit Grund gelobt aber es wurden auch auf die Schwierigkeiten hingewiesen nämlich dass es sehr architekturabhängig ist es wurde verglichen mit dem Karl-Marx-Dorf in Wien oder anderen architekturabhängigen Großformen und das war das war aber auch ein Grund warum man das genommen hat weil es gibt nur einen Eigentümer Labor und es gibt eine Wohnungsbaugesellschaft die sich beteiligt am Ende wird es ein Bauherr sein da brauche ich keine Parzellen zu machen weil ein Bauherr will vielleicht auch nur einen Architekten haben und da geht es dann um den Prozess wie geht es dass man den Prozess weiter begleitet dass diese von Schipperfield herausragende Architektur in einem städtebaulichen funktionierenden Raum bis auf die Umsetzung gerettet wird und da sehe ich ein bisschen Schwierigkeiten wenn Sie sagen ja da hat sich jetzt der Investor zusammen mit dem Gewinner des Städtebaus noch einen Architekten ausgesucht dann haben wir schon mal einen zweiten Architekten oder sogar drei aber für 1500 Wohnungen schwierig Ja also ich hätte mir Entschuldigung nochmal zu der Insel also genau diese Insellagen aufzubrechen und genau das zu machen was man auf dem Plan glaube ich auch gut gesehen hat war zum Beispiel beim Urlaubquartier wesentlicher Bestandteil dass es tatsächlich ermöglicht werden muss und wir alle wissen was für ein knallharter Verhandlungspartner die Deutsche Bahn ist wenn es da um Tramhaltestellen geht Tram wie nennt man das Warteschleife also das ist ja da auf der Invalidenstraße die Schleife zum Drehen und dann stehen die da und dann wird man ja sofort überfahren von so einer Tram das sieht man ja auch zum Beispiel am Hackischen Markt dass das eigentlich gut funktionieren könnte also sowohl die Deutsche Bahn als auch dann eben diese Tram ist noch echt eine harte Nuss die zu knacken ist aber dass man genau dieses öffnen wollte ist ja ganz klar also ich sehe Herrn Schwarz auch der könnte da seine Arbeit auch fast selber präsentieren und bei ich bin ganz bei Ihnen also gefragt nach was sind gute Bausteine für ein wirklich funktionierendes Quartier bin ich sofort dabei die Parzelle zu denken und ich bin vor allen Dingen dabei unterschiedlich also eine Diversität von Bauherren Vorhabenträgerinnen zu denken und zwar so vielfältig wie es geht angefangen von Baugruppen über Genossenschaften über Private über die Landeseigenen über Stiftungen und so weiter sodass es wirklich eingelöst wird vielfältig kleinteilig und tatsächlich abwechslungsreich und in einem Grad der Komplexität die auch tatsächlich so glaube ich am besten zu erreichen wäre das ist da anders gelaufen ja und genau aber ich glaube wenn ich dann mich unterhalte mit den Kollegen da von Schipperfield Zix Zix und hilf mir Präger Richter bitte Rudi Zix dann ist es aber auch ich meine die Kritik ist ja angekommen die ist ja dokumentiert und protokolliert und es sind ja auch Konstanten Gott sei Dank im Haus die also das ganze Verfahren auch mitgemacht haben und genau darüber sprechen wir natürlich das ist ein Risiko da bin ich ganz bei Ihnen ja ich denke schon dass es wahnsinnig schwierig ist das habe ich auch selbst intern manchmal auch Diskussion geführt also ich glaube man braucht eine gewisse Vielfalt und Varianz in der Architektur und es ist ein Großprojekt da eine Varianz reinzubekommen ist eine ziemliche Herausforderung und das bekomme ich nicht mit das bekomme ich nur mit sehr vielen verschiedenen Architekten hin weil wir selbst unter dem Baudruck das nicht herstellen können da habe ich auch selbst mit Käse mir schon Debatten geliefert der dann gesagt hat wieso gibst du so viel ab weil wir diese Vielfalt nicht herstellen können das ist nicht möglich unter dem Druck das heißt ich brauche und dieser Aushandlungsprozess zwischen verschiedenen Playern in einem Quartier der führt zu einer Vielfalt die dann eben Diversität die auch Unterschied die Science-Entwicklern als auch im Prinzip dann letztendlich Architekten wo Vielfalt entsteht sowohl typologische als auch architektonische und dann wirklich auch Urbanität hergestellt wird ansonsten ist das eine in sich wie jetzt man kann sagen man muss sich wahnsinnig viel daran an das Gebietsmanagement etc. an die Erdgeschosszonen wo sind die Qualitäten in den verschiedenen Bereichen das ist irrsinnig schwierig also das ist wenn ich jetzt mal ich habe mir vorher aufgeschrieben als ich das gesehen habe ohne die anderen Projekte zu kennen es ist ein architektonisch betriebener Städtebau und es ist nicht das was ich jetzt unter Städtebau verstehe indem ich im Prinzip eigentlich Strukturen entwickle innerhalb dessen verschiedene die wachsen können also ich muss ich muss das in einem relativ einem Go oder sagen wir mal in sehr sehr ganz klaren entwickeln oder ich muss jetzt im Prinzip einen Schritt drüber nehmen und sagen wo sind die Einheiten das ist aber in einer Großform nicht ganz einfach ja sowas gedacht die Jury hat genau die Empfehlung gegeben einen Architekt am besten Chipperfield und der baut es und wie kriegt man es hin ja das ist die Frage an Sie ich habe das ja beantwortet also ich habe versucht das zu beantworten man übernimmt dann so ein Projekt und liest das natürlich alles was da geschrieben ist und mit Herrn mit dem Kollegen bei Chipperfield also da also es sind sagen wir das ist differenzierter als es jetzt vielleicht auf diesem Lageplan wirkte ganz ehrlich gesagt es gibt ganz unterschiedliche Wohnformen es gibt auch also angefangen von und Gemeinschaften die ausgebildet werden und das differenziert sich ja als Großfigur ja dann doch in diese sieben acht Höfe aus wo teilweise unterschiedliche Wohnformen oder bewusst eine große Mischung gemacht wird einmal ist es eine Laubengangerschießung also die Varianten die Varianten die Variantenbreite ist schon sagen wir mal mehr geworden seit der Wettbewerbsarbeit selbst und und das ist genau das womit man natürlich jetzt arbeitet weil das ist ja und Labor ist auch überhaupt nicht dagegen im Gegenteil die sind auch gut bedient für eine nachhaltige Entwicklung wenn das tatsächlich sagen wir mal der Lebenszyklus nicht nur lang ist sondern langfristig eine gute gut funktionierende und begehrte Wohnsituation für dort in Marzahn-Hellersdorf gerade auch mit den Hochhäusern glaube ich ist das auch nochmal eine ganz andere Wohnform also ich glaube lassen Sie uns noch ein bisschen weiterarbeiten das war jetzt auch mal das Projekt was wir uns hier ausgesucht haben ich hätte auch Buch am Sandhaus mitbringen können das war das dritte Projekt das haben wir dann sowieso rausgeschmissen was nochmal unter einer ganz anderen Entwurfsidee und ganz anderen Bildern entstanden ist und was mir wichtig wäre also auch gerade wenn man sagt wo bauen wir überhaupt wie kann man das verantworten und argumentieren und Nachhaltigkeit und Klimaschutz steht immer vor der Klammer habe ich gelernt neuen Ausdruck steht vor der Klammer das heißt bevor andere Themen drankommen muss das auch erstmal gewährleistet sein genauso wie die infrastrukturelle Erschließung über die verkehrliche Anbindung dieser Quartiere hätte man vielleicht noch mehr halten können also das Bestandserhalt das ist Buch am Sandhaus dieses große Stasi Krankenhaus was Gott sei Dank jetzt stehen bleiben kann also in seinem Rohbau das war mir zum Beispiel auch super wichtig bei einer Entwicklung zu gucken was ist da und was kann bleiben um auch den Ort um den Ort auch weiter einzuschreiben in dieses Projekt also ich würde an der Stelle gerne nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen bevor wir jetzt noch intensiver in einzelne Fragen der Quartiersentwicklung eintauchen und zwar Paris hat die 15 Minuten Stadt also Sie haben das Verkehrsthema gerade angesprochen Kopenhagen ist die Hauptstadt der Verkehrswende über die Artfa-City Wien hat das seit 100 Jahren erfolgreiche Gemeindebau Wohnmodell vielleicht mal ein bisschen salopp gesagt was hat eigentlich Berlin als übergeordnetes Leitbild Ja ich habe ja Ihre Frage gesehen und das Leitbild gerade haben wir darüber gesprochen also ein Leitbild beginnt ja nicht mit einem Flächennutzungsschema und mit irgendeinem Stadtplan oder so das beginnt mit einem Bild und das und das dieses das ist diese städtebaulichen Leitbilder helfen natürlich auch enorm in der Diskussion um Qualitäten und Gestaltungsansätzen also sowohl für die neuen Stadtquartiere als auch die bestehende Stadt also das ist mir auch mal wichtig dass wir jetzt nicht nur sondern die eigenen oder sagen wir mal wir haben natürlich auf dem Zettel die 17 neuen Stadtquartiere wo übrigens Ullab und Georg Knorpark überhaupt gar nicht dazu zählen die man auf der politischen Agenda jetzt hat um diese wirklich skandalöse Wohnungsnot in unserer Stadt irgendwie angehen zu können brauchen wir 120.000 Wohnungen aber dieses Leitbild und da möchte ich nicht falsch verstanden werden dieses Leitbild für die Stadt ist die Stadt selbst also das Berliner Leitbild ist das was Berlin auch ausdrückt und wir haben und das sage ich immer überall wo ich aufschlage das ist Berlin ist ja das Produkt seiner Entwicklung und seiner geschichtlichen seiner Entstehung und seiner Entwicklung 1920 unvollendete Metropole wir alle haben diese Ausstellung natürlich gesehen das heißt diese diese Grammatik dieser Stadt in zwölf Bezirke wo jede einzelne eine Großstadt ist das ist ja in dieser Polyzentralität auf der einen Seite und in dieser jede jeder Bezirk hat seine ganz eigene Charakteristik und ich glaube man muss die Stadt auch wirklich da abholen wo sie ist und das trifft jetzt für die neuen Quartiere genauso zu wie für die Umbauten die Transformation im Stadtkörper selbst das heißt in den Körper dieser Stadt sind wahnsinnig viele Ortskerne eingeschrieben die sich halt aus der historischen Entwicklung wir haben Sätze mal auch schon drüber gesprochen und diese 15 Minuten Stadt musste vielleicht Paris ein Stück weit neu erfinden aber das ist ja das was in Berlin da ist also die öffentlichen Räume und die Plätze vor Rathäusern Bahnhöfen vor den Bibliotheken wie auch immer und das sind teilweise gärtnerische Anlagen teilweise sind es halt hochurbane öffentliche Räume für Plätze und Straßen und so weiter das heißt dieser Reichtum der da ist das also das ich möchte nicht dass sich das so beliebig anhört sondern Berlin aus sich selbst heraus zu entwickeln und je differenzierter umso besser ich kann ja den Florian Schmidt Baustadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg wo er sagt wir hätten eine schöne Brieffreundschaft ich kann ihn ja wahnsinnig gut verstehen dass er einen eigenen Weg dort geht so wie auch Zehlendorf einen eigenen Weg geht und meinetwegen auch Pankow den eigenen Weg geht also das heißt das Leitbild ist denke ich und das habe ich vorhin auch gesagt mit dem was da ist und mit den Ressourcen die uns zur Verfügung stehen verantwortungsvoll dann auch verantwortungsvoll umzugehen und die Stadt aus sich selbst zu entwickeln aber ist das ein Leitbild was stark genug ist und wirklich auch dann für einzelne Quartiere hinten hat es gerade schon geschnauft wahrscheinlich nicht zu entwickeln weil wir haben ja gerade gehört wie wichtig es ist Bilder für Entwicklungen und für Prozesse zu haben um sie kommunizieren zu können also mir scheint das sagen wir mal sehr sehr diffus also darf ich nochmal was dazu ergänzen ich meine Berlin das ist so ein so saying Berlin wird vom Kiez ausgedacht und das kann man als provinziell abtun man kann es aber auch als unglaubliches Pfand bewerten einfach weil dort Orte der Identifikation sind weil dort auch die Orte sind der Partizipation und der wirklichen Teilhabe in dieser großen Stadt und dort sind tatsächlich dann auch sagen wir mal Gespräche und Diskussionen für die Weiterentwicklung aber eben für die Menschen in dieser also das wo wir alle hinwollen in dieser Nutzungsmischung soziale Vielfalt und so weiter dass es lebenswerte Orte gibt über die meine Identifikation auch zur Stadt führt vielleicht hake ich da mal ein erstens kam die Frage von Thomas Welter ob wir es jetzt schon ans Publikum öffnen ich würde sagen ja und zweitens wollte ich nur kurz dazu sagen oder das nochmal unterstützen also ich glaube dass dieses Bild durchaus sympathisch ist also sozusagen vom Kiez zum Bezirk und dann in die Stadt herein auf der anderen Seite merken wir ja an jeder Stelle an jeder Ecke dass uns gerade dieses Bezirksdenken also wir das Gefühl haben dass uns das eigentlich nicht vorbereitet auf die Stadt der Zukunft wenn man nur so denkt also sprich Verkehr und so weiter also müssen wir nicht stärker übergeordnet denken das wäre so meine Frage noch es geht ja auch gar nicht weil der Kiez ist ja was anderes als die 120.000 Wohnungen die wir brauchen Sie können nicht 2.000, 3.000 Wohnungen entwickeln und ein Kiez haben dafür braucht man eine entweder räumliche oder andere bildhafte städtebauliche ökologische Verkehrs irgendeine Idee braucht man du kannst nicht einfach sagen wir machen Kiez kann man sagen hilft aber nichts bei 250 oder 2500 Wohnungen ich glaube das wäre jetzt eine Frage gewesen auch an welche soziale Mischung und da glaube ich eben schon ist angedacht zum Beispiel jetzt in der Knorr-Bremse und welche unterschiedlichen Player also welche Angebote wird die HWG schaffen wollen und da glaube ich einfach schon dass es da unterschiedliche braucht und welche neuen Kieze generieren wir eigentlich und da braucht es meines Erachtens schon ein bisschen mehr um da eigentlich auch reinzuschauen das sind ja keine also das ist ja keine kleine Nummer also und das Interessante an der Stelle finde ich schon das ist aber finde ich wahrscheinlich in der Grundanfrage des Wettbewerbs schon gar nicht eingelöst es geht schon geht in die Vorbereitung wenn ich daneben ein produzierendes Gewerbe habe was passiert daneben dran wie schaffe ich es eigentlich im Prinzip da zwischen Kleingewerbe und so weiter zu generieren um dann irgendwo in den Wohnen zu kommen das würde dann aber eine andere Antwort das ist auch eine ganz andere Fragestellung das war wahrscheinlich nicht bestellt aber ich glaube das sind die Fragestellungen die wir brauchen damit wir die Stadt überhaupt an diese Ziele ranführen können und die Stadt die generiert sich nicht allein aus Wohnen das ist auch in Wien das Problem da rede ich auch jetzt mit Engelszungen dass über Wohnungsbau keine Urbanität generiert wird und das sieht man in der Seestadt eben schon also weil die Wohnungsbauer werden es nicht herstellen das haben sie gemerkt und haben dann gesagt okay raus aus dem Erdgeschoss weil ihr macht das nicht und das ist im Sonnenlandviertel zu teilen nur da passiert wo die Baugruppen selbst im Prinzip das in die Hand genommen haben alles was ansonsten produziert wurde ist ehrlich gesagt eher ein bisschen schwierig und da geht es einfach darum wie wir das anlegen damit wir solche Quartiere wirklich erzeugen können und das geht nicht über ein groß also dann ist die Vorbereitung des Wettbewerbs wirklich matsch entscheidend dass diese Fragen geklärt sind und das Problem sehen wir an anderen stellen auch das sehe ich in Österreich sehe ich in der Schweiz sehe ich in Deutschland das sehe ich in Frankreich wenn die Vorbereitung dessen die städtebauten Grundlagen nicht gelegt sind man möchte gerne solche Dinge im architektonischen Wettbewerb lösen das geht nicht es ist unmöglich ja also ich teile ihre ich teile ihre Einschätzung das ist ja jetzt sagen wir mal das ist ein wirklich im Zusammenhang mit diesem Projekt eine zu lösende Aufgabe warum gibt es denn zum Beispiel bei der Europaallee jetzt nur 20% wohnen was also wenn wir über Nutzungsvielfalt sprechen und über belebte Quartiere das sind natürlich ökonomische das Problem das Problem ist dass letztendlich eigentlich natürlich auf dem Excel-Papier damals im Prinzip das Büro im Prinzip besser gepunktet hat also wurde im Prinzip ihr zentraler am Bahnhof 0% in den Gestaltungsplan reingeschrieben und die geforderten 40% hat man mal schön an die Langstraße geschoben das ist interessanterweise wesentlich mehr geworden zum Glück mehr wohnen geworden als ursprünglich in diesen juristischen also in diesen Bau sozusagen den B-Plan Gestaltungsplan an der Stelle reingeschrieben wurde und dadurch dass eben auch diese Ausbildungsstätte in den vorderen Bereich kommen ansonsten wäre das nicht gelungen und ohne diese Ausbildungsstätte würde auch keiner auf den so hohe liegenden Hof gehen also das sind schon alles Themen die im Prinzip innerhalb so eines Dialogs im Prinzip angeschaut werden müssen und auch in jedem nächsten Schritt in jedem Wettbewerb wieder diskutiert und wieder mit reingebracht es war selbst so im ersten Wettbewerb es gab einen Gewinner das ist vielleicht noch da interessant zu wissen das Postareal das sind die ersten zwei großen Baufelder das war ein Wettbewerbsgewinn von damals Max Dudler der zweite war ein Konsortium aus David Schipperfield und Chico Gunguia und nee zwei nur anfangs David Schipperfield und Chico Gunguia Kese Christian sie hat alles daran gelegt dass nicht einer dieses gesamte Areal plant und man hat es durchgesetzt im Prinzip mit allen Beteiligten dass Max Dudler die Pädagogische Hochschule macht und die drei erst gereihten zu dritt diesen UBS-Block gestalten das war eine ziemliche Herausforderung aber das hat zu der Vielfalt in diesem Bereich beigetragen ansonsten ehrlich gesagt wäre das von der Asilpost als historisches Monument bis zum quersten Querplatz also bis zum Caruso schon letztendlich ein Stück Max Dudler geworden dann wäre es aber ähnlich gewesen dessen was Eurogate geplant hatte und das ist der Unterschied zwischen Städtebau und architektonischem Städtebau dass ich versuchen muss eine gewisse Vielfalt in dieser Ausdruck und auch Materialität herzustellen und Sie können sich vorstellen dass es nicht einfach war ein Gebäude mit diesen drei doch sehr guten Architekten gemeinsam herzustellen aber Sie haben es geschafft und es ist ziemlich spannend was bei rausgekommen ist Vielen Dank jetzt erlauben wir mal eine Frage aus dem Publikum sagen Sie bitte Ihren Namen Markus Pennell Büroordner Ordner Baukunst ich möchte jetzt dem Streit gar nicht Paroli bieten ich meine nur ich finde den Entwurf in Marzahn-Hellersdorf hat einen feinen Humor weil es eigentlich gar kein Quartier ist es ist ein höfisches Gebilde und es ist eigentlich insofern kein Quartier weil es bald fertig ist ich wüsste nicht wie man das weiterbauen soll also unter dem Quartier stelle ich mir natürlich schon irgendwas vor oder auch unter Stadt dass es was ist was man weiterbauen kann es ist aber noch viel schlimmer es ist noch viel schlimmer weil ich zumindest jetzt in den Bildern gar keinen öffentlichen Raum erkennen kann es ist eigentlich die komplette Ansage an eine städtische Haltung eigentlich damit auch an eine kulturelle Haltung die damit verbunden ist es ist weit weg vom europäischen Stadtprinzip einer öffentlichen Stadt also um mal so einen retro romantischen Begriff zu gebrauchen ich bin Stadtromantiker muss ich ganz klar sagen und insofern ist mir die Seestadt Aspern ist jetzt nicht mein Lieblingsding aber ich finde es irgendwie so wie du das vorgetragen hast Ute eigentlich so ein super Gewurschtel wo man auch so Räume erkennt jeder darf auch was falsch machen das passiert auch und daraus entsteht dann irgendwas wo einem jetzt vielleicht noch die Spucke und die Sprache fehlt was es am Ende eigentlich sei es ist auch irgendwie ein ziemlich eigentlich genau gegenwäldlerisch ein ziemlich unkontrolliertes Ding wir machen da gerade zwei Wettbewerbe das Urlaubquartier zum Beispiel da fehlt natürlich so ein bisschen Luft wir haben ja ein super Beispiel gegenüber das Ding von Ungers viereinhalb Häuschen die eigentlich alle zusammen auch nichts können also insofern ist es dann auch wichtig solche Insellagen irgendwo aber wo sind die wo sind da ich sag's mal wo ich gehalten werde eigentlich die die guten Räume die klar kuratiert werden müssen ob das jetzt was für eine Art von Kuratierung das ist man ja EG Stadtmanagement ist gut ich nehme heute einen Begriff mit Ute danke dafür das war Territorial Branding das finde ich schon mal super ich muss an einer Seite ich muss an einer Stelle kurz widersprechen es gibt in der Knorr-Bremse nur öffentlichen Raum es gibt keinen privaten Raum das ist alles öffentlich muss man wirklich sagen alles zugänglich man kann eher kritisieren dass es keine privaten Räume gibt also bevor wir jetzt hier ins Kollegen bashing kommen auf der Grundlage von vier armen Folien würde ich dann doch also ich kann etliche Argumente sehr gut nachvollziehen die ja auch schon im Grunde im Verfahren benannt wurden würde aber dann doch ja auf der Grundlage so ein paar armer Folien die ich ja jetzt gezeigt habe da waren ja gar keine Erdgeschossgrundrisse oder da war sagen wir mal das was was man sehen müsste um es wirklich so dann beurteilen zu können aber stehen die beiden Projekte nicht genau für zwei Positionen also die nebeneinander stehen das eine ist wirklich also architektonischer Städtebau und das andere ist sage ich mal ein Konzept ein Plan der möglichst viel offen lässt und viele Optionen einfach für die Zukunft auch noch bereit hat während das andere für ein fertiges Bild steht was irgendwann tatsächlich fertig ist und wo es nichts mehr dazu zu geben gibt ich weiß nicht ich glaube schon dass dieser nicht unterschätzen diese Großform in ihrer Möglichkeit und ihrem Potenzial auszudifferenzieren aber das ist ja also ich halte jetzt sagen wir mal zu diesen Wettbewerbsgewinnern weil ich sie in den Gesprächen in den zwei, drei Gesprächen die wir geführt haben als äußerst kompetent und auch klar gesehen habe und das ist ja das was auch noch erarbeitet werden muss das ist jetzt das städtebauliche Konzept bei diesem hier müssen wir genau diese Qualifizierung deswegen haben die sich dann auch in diesem Architektenkonsortium zusammen getan um auch genau diese Gespräche zu führen was notwendig ist und diese was wenn du meintest das Urlaubquartier ist das jenige was nein die Knorr Bremse und ich meine du hattest das eine beschrieben und das andere und ein anderes also Aspern achso Aspern diese beiden im Kontrast zueinander das sind zwei komplett unterschiedliche Fragestellungen das eine ist eine Neustartentwicklung auf einer Dimension die hat eine ganz andere das ist eine komplett andere Nummer also es ist ganz schwierig das zu vergleichen das einzige was sie gleich haben ist sie sind etwas weiter draußen und Aspern ist noch weiter draußen aber ich glaube was mir an manchen Stellen da dann auch fehlt um überhaupt eine Beurteilung machen zu können ist wie sieht denn der Kontext dann aus also diese Integration in den weiteren Kontext da kann auch so eine Großform letztendlich funktionieren aber was ist denn drumrum ich kann es gar nicht beurteilen und das Erdgeschoss natürlich wo schließe ich an und wo verbinde ich also die Diskussion gibt es an vielen Stellen immer dass ich eigentlich immer nur diesen Perimeter betrachte und nicht dann eigentlich was grenzt denn dran an weil das ist auch nicht so wahnsinnig am Rand da ist ja auch einiges drumrum und auch vorher schon wie wird eigentlich in der Kontinuität jetzt hergestellt dass die Qualität die in dem Entwurf steckt und dem sympathischen Architekten der ja nun bekannt ist dafür dass er weil die Frage weil die Frage ist doch tatsächlich welche Instrumente gibt es also wenn der Bauer jetzt als Eigentümer als Privateigentümer sich entscheidet das ganz anders zu machen dann ist der Städtebaulich Vertrag vielleicht gar nicht ausreichend am Ende also diese Instrumente für die Sicherung dieser Qualität sehe ich auch bei dem Projekt ganz kritisch Ich heiße Michael Mönninger und bin Architekturprofessor ich habe viele tolle Anregungen heute Abend gehört aber nichts über die Frage ob wir eigentlich ob wir in einem bauökonomischen Nirvana leben also die Frage wem gehört die Stadt und zwar nicht in dem Sinne wie wir es in den letzten halben Jahrhundert gemacht haben hier in Berlin ist ja leider Gottes die Stadt wo die Volksseele hochkocht die Volksgemeinschaftsseele wenn es heißt deutsche Wohnen enteignen sondern wer ist der Bauherr und wem gehört es in der Gott sei Dank hat Petra Kalfeld es kurz angesprochen fast Hamburger Töne wir brauchen jeden wir brauchen Baugemeinschaften wir brauchen Genossenschaften wir brauchen Gruppen wir brauchen öffentliche Private aber das kann man nicht einfach so sagen da muss ein wirkliches öffentliches Struktur- und Ökonomieprogramm her sonst ist uns der Boden den wir haben genauso viel wert wie wir es in den letzten 50 Jahren und 60 Jahren mit der neuen Heimat gemacht haben die haben wir hinterher für einen Euro verscheuert weil niemand mehr diese Siedlung wollte und wenn ich jetzt sehe dass da auf dem nicht im Urlaubquartier sondern der Knorr-Bremse eine Laufbahn auf dem Dach die müsste ja mindestens 400 Meter groß sein geplant wird das gibt es in Neuperlach schon nur das ist kein großes Erfolgsmodell gewesen also wie kann man in Berlin diese Vergesellschaftungspolitik dieser privatfeindlichen Bauherrnfeindlichen Haltung überwinden dass aus Konsumenten von Stadt wieder Produzenten werden ja und nicht Freibier für alle sondern Häuserbau für alle Städteland in Bürgerhand Wollt ihr was dazu sagen sonst hole ich die nächste Frage die nächste Frage auch gemerkt nach da also das ist jetzt bewusst keine Kritik an Petra Kalfeld ich glaube die meisten kennen ich muss aber trotzdem deinen Namen sagen mein Name ist Christine Edmeier und das soll jetzt nicht als Kritik und du brauchst es auch nicht verteidigen weil du hast ja dieses Ding gar nicht erfunden da von der Knorrbremse aber ich denke es ist schon ein sehr problematisches Projekt weil natürlich ein Eigentümer baut etwas und verkauft es an eine Wohnungsbaugesellschaft damit ich spreche jetzt so ein bisschen noch als ehemalige Kammerpräsidentin damit werden nicht nur sämtliche öffentlichen Vergabeverfahren für Architekten sondern auch für die Baufirmen und so weiter das wird ja alles umgangen das wird fertig gebaut und hinterher wird es an die Jehovo G verkauft und aus gutem Grund ist ja eigentlich festgelegt worden dass öffentliche Mittel kleinteilig vergeben werden dass der Mittelstand gefördert wird und so weiter das natürlich alles geschenkt bei dem Projekt aber bitte jetzt keine Verteidigung weil du hast es nicht erfunden aber ich muss das einfach auch anmerken weil das ist auch eigentlich eine Frage die man in Berlin der Politik stellen muss ob das richtig ist dass private Bauträger Wohnungen bauen und die zu Preisen die wir gar nicht kennen an öffentliche Wohnungsbaugesellschaften verkaufen die aus öffentlichen Steuermitteln das kaufen ja und andersrum haben wir eine Enteignungsdebatte in der Stadt und diese Dinge die wissen viele gar nicht also das ist schon ein Skandal aber gut was ich noch sagen wollte Wolfgang du hast gefragt nach dem was Berlin ausmacht die Gründerzeitviertel sind es bestimmt nicht weil die sind die sind Paris nachgemacht und die gibt es in Paris viel besser was Berlin wirklich berühmt gemacht hat sind die 20er Jahre Siedlungen unsere Siedlungen ja und wir müssen das Thema Siedlung nicht so unnötig negativ betrachten und wir müssen nicht immer nur von Urbanität sprechen kann nicht jede Siedlung urban sein also ich finde wir brauchen da auch eine Debatte drüber wie viel Urbanität brauchen wir wo womit ich nicht sagen will dass dieser Knorr-Block da wirklich Siedlung ist der ist irgend so was ganz komisches es sieht anders aus in Wirklichkeit ist es aber vielleicht Siedlung das wäre mal eine interessante Debatte Christine da muss ich dir auch nochmal widersprechen Knorr Quatsch nicht Knorr Hausmann kannst du nicht gegen Hobrecht ausspielen das hat schon alles beides seine Berechtigung und die Gründerzeit steht neben den 20er Jahren steht neben den 20er Jahren und in Berlin es ist die Besonderheit dass beides in sehr guter Qualität da ist aber vielleicht schaut man auch mal noch ein bisschen auf die Qualitäten von Berlin nämlich dass es entstanden ist aus ganz unterschiedlichen Städten und irgendwann hat man mal gesagt so das ist jetzt Berlin das ist aber eine irrsinnige Qualität diese Vielfalt und die gilt es letztendlich auch auszuspielen die gibt es in Paris im Zentrum so nicht mehr dank Osman aber das hat andere Qualitäten es darf ja auch anders sein aber ich glaube diese Vielfalt und diese Vernetzung und diese Unterschiedlichkeit und auch das ist was Berlin nach außen und was auch weiter braucht aber auch aufzupassen und da habe ich schon Sorge an vielen Stellen dass aufgrund dann Verdrängungsprozessen dann bestimmte Dinge nicht mehr in der Stadt möglich sind die Berlin eben genauso auszeichnen Wenn ich da ganz kurz den Ball aufnehmen darf dann verstehe ich das jetzt so also wir haben ja so nach diesem Leitbild gefragt und Sie haben eigentlich geantwortet es gibt was Sie auch vorher schon gesagt haben es gibt das Thema der Ortskern der Kieze der Bezirke im weitesten Sinne und Sie unterstützen den Gedanken ja dass man einfach sagt Berlin hat einfach diese unterschiedlichen Themenvielfalt es gibt die Grunderzeit es gibt die 20er Jahre es gibt einfach Siedlungsbau den wir nicht vernachlässigen sollten also sprich im Grunde genommen wenn ich das jetzt richtig verstehe die Herstellung ist ein gewisser Konsens das würde ja Weiterentwicklung bedeuten dass man jedes Quartier mit einem eigenen Identitätsbild belegen sollte ist es ja heute schon ist es doch auch heute schon aber das ist dann ja das wäre dann ja sozusagen im Zweifel das Leitbild Berlins dass man sagt also dann kann man sozusagen diese ich sage jetzt mal diese also wenn wir von gemischter Stadt sprechen in Berlin dann reden wir eigentlich immer dann ist unser Abziehbild eigentlich immer die Gründerzeit ja dann heißt es immer wir wollen irgendwie die Bleibtreustraße haben oder die Niburstraße oder aber das passt ja dann gar nicht dann müsste man ja eigentlich sagen okay es gibt sehr viele unterschiedliche Bilder und wir können gar nicht dieses Stereotype wir wollen eine gemischte Stadt entwickeln und das neue Quartier auf Grundlage dieses Idealbildes das ist ja dann in Frage zu stellen also wie es ja auch die Knorr-Bremse zum Beispiel tut also wenn ich nochmal auf die aus Gründen sagen wir mal ein Leitbild man kann natürlich in so 40 Minuten jetzt kann man natürlich irgendwelche Buzzwords loswerden und die alle meinen zu verstehen was man sagt also aus Leitbild zum Beispiel auch aus Gründen wirklich der Nachhaltigkeit und der Ökonomie besteht finde ich innerhalb der geschlossenen innerhalb des gut erschlossenen Stadtgebiets eine Verpflichtung dichter zu bauen also das ist ein Leitbild das ist ganz klar und dann gucken wir was ist die gut erschlossene Stadt die ist im Rudolf-Kiez direkt bei der Warschauer Brücke genauso gut erschlossen und dort wird eine Verdichtung komplett abgelehnt das meine ich jetzt also dann sagt man wir bauen dort nicht ja dieser Rudolf-Kiez der war ja in erbarmungswürdigem Zustand noch vor 20 Jahren und man ist jetzt ganz froh dass dieses Quartier wächst in seiner Traufhöhe in seiner Nutzungsbedingung Vielfalt da sind ja diese großen Höfe daneben auch für die jetzt fällt mir das Wort nicht ein aber die also Friedrichshain-Kreuzberg hat gute Gründe dort nicht zu verdichten obwohl es ein fantastisch gut erschlossenes Stadtquartier ist und andere ja ich sage jetzt mal Lichtenberg würden an so einer Stelle sofort nachverdichten und sie würden es aus gutem Grund tun weil eben eine gute verkehrliche Erschließung da ist weil man auf bereits versiegelten Flächen weniger versiegeln kann mit einer Neubebauung und dann auch mehr Außenraum und überhaupt Klimaanpassung und Klimaschutzziele zu erreichen und ganz ehrlich gesagt ein Leitbild also wir wissen alle dass die Aufgabe von morgen und übermorgen in der bestehenden Stadt ist da ist jetzt mal ganz wirklich 85 Prozent der bestehenden Stadt ist in einem nicht guten Zustand energetisch und so weiter und das ist das also das heißt Bestandsentwicklung vor Neubau bin ich sofort dabei ich habe sofort diese K44 sogenannte Kollegin ist ja auch da gerettet Klosterstraße 44 das sollte halt abgerissen werden und neu gebaut werden ich finde aber gerade die Klosterstraße wenn ein Quartier und diese Klosterstraße ist ja sehr charakteristisch durch diese gekurvte ja diese Zwiebelring Geometrie und wenn eine Straße im Zentrum dankbar aus jeder Dekade sozusagen ein anderes Haus aufnehmen kann dann ist es die Klosterstraße also die Zuwendung zu dem baulichen Bestand Innenentwicklung vor Außen und Bestandsentwicklung in jedem Fall vor Neubau und zwar sagen wir mal auch beherzt in diesen Bestand hinein das heißt mit der Transformation mit der notwendigen Transformation des bestehenden Anbau Umbau Aufsteckung Umprogrammierung für andere Lebensformen für andere Lebensmodelle das ist die Aufgabe und das sehe ich auch und deswegen muss ich nochmal ganz kurz dazwischen gehen wir haben noch sechs Wortmeldungen nur noch eine Viertelstunde oder auch eine halbe Stunde und ich kann mir nicht mehr mehr Leute merken und ihr müsst gucken dass ihr euren Fragezettel abarbeitet kriegt der ist nämlich noch ziemlich offen heißen Sie Hallo mein Name ist Laura Bertelt ich bin studierte Architektin und studiere aktuell noch Urbanistik und ich gehe mal mit einer steilen These hier ran ich hätte einen Vorschlag für ein Leitbild das wäre eine wie wäre es denn mal mit einer sozialgerechten Stadt finde ich wäre total angebracht machen wir gerade mit solchen Dingen wie der Planung von Chipperfield mit einem Architekten einem Entwickler überhaupt gar nicht ich finde das sind überhaupt nicht die Antworten die Berlin braucht und deshalb ist meine Frage an Sie was Sie generell denn wir vergessen hier mit diesem ganzen Diskussionsgedöns ganz wichtig wir reden immer von Entwicklern und wir reden von Architekten also von Planern aber wir vergessen die Stadtbewohner die ja aktuell dann da auch wohnen und ich finde dass die hier noch gar nicht so eine große Rolle eingenommen haben wie sie es eigentlich verdienen und deshalb frage ich mich wie die Gruppe zu demokratischen Planungsprozessen steht denn wir reden hier von Prozessen und Demokratie wurde im Grunde genommen nicht einmal genannt steht noch auf unserem Zettel Beteiligungsprozesse danke danke für das Stichwort genau dann vielleicht also wir kommen dazu noch genau aber vielleicht machen wir erst mal ich glaube hier war ne ich muss warten bis die Kamera aus ist aus ist aus ist achso ah mein Name ist Nikola Schöler ich bin Architektin ich störe mich schon seit langer Zeit daran dass wir in Berlin eigentlich nicht besonders viel über die Zukunft nachdenken und diese dass wir hier den Kieze reproduzieren und uns sozusagen immer wieder selbst reproduzieren finde ich sehr schwierig man könnte eigentlich auch sagen unser Konzept ist dass wir kein Konzept haben in dieser Stadt und ich frage mich ob wir nicht vielleicht mal etwas Neues überlegen wir haben viele Themen die sozialgerechte Stadt die klimagerechte Stadt zum Beispiel man könnte sagen wir forsten Berlin auf vielleicht mal eine Idee an der wir auch unsere Stadtentwicklung mal in eine andere Dimension in eine andere Größenordnung heben können was halten Sie davon Frau Kalfeld wahrscheinlich wahrscheinlich muss ich muss ich deutlich lernen mich besser auszudrücken über diese Transformation also diese Bestandsentwicklung vor Neubau damit ist ja genau im Grunde das gemeint sich zukunftsfähig aufzustellen das ist natürlich unter dem Nachhaltigkeitsaspekt und zwar in allen seinen Facetten also sowohl Mobilität als auch energetische Ertüchtigung und überhaupt das ins Hier und Heute und in die Zukunft zu bringen wir haben sehr viel Bestandsgebäude also ja die eigentlich wo keiner von uns wohnen möchte was vollkommen Grundrisslösungen hat oder auch unökologische Fassaden überhaupt also ich meine zu wahrscheinlich nicht hoch genug dafür in der Stadt also die Ausnutzung in allen diesen Nachhaltigkeitsaspekten ist in dem Bestand noch gar nicht gut entwickelt worden und das ist tatsächlich das finde ich ein Anliegen weil wir können ja nicht alles neu bauen und ich meine beim Neubau ist es tatsächlich sowohl in der Bauleitplanung als auch sagen wir mal bei den ganzen Planungsprozessen ab Bauleitplanung bis eben zur Baugenehmigung spielt bei Neubauten die Nachhaltigkeit die Quartierslösungen und so weiter spielen eine ganz große haben einen großen Stellenwert der ja auch dann eingefordert wird aber bei den Bestandsgebäuden halt nicht und ich glaube also man wendet sich ja den Bauaufgaben zu weil man auch die größte die größten das größte Fortkommen hat und in dieser also Berlin aufforsten Berlin ist also klar wir alle wünschen uns jetzt gerade auch im Zuge dieser Klimaanpassung deutlich mehr da wo es noch nicht erfolgt ist weil es einfach nicht auf dem Zettel stand in den neuen öffentlichen Räumen ich sage jetzt muss mal Schlossplatz wo kein einziger Baum steht also diese tatsächlichen Anpassungen von ja Planungen die einfach noch nicht unter den heutigen Vorzeichen haben stattfinden können die auch deutlich nachzubessern ich schäume mich einfach dagegen wissen Sie so Buzzwords zu sagen jetzt die Grundstücke sind total sind eigentlich keine mehr da wenn dann gehen wir an solche Quartiere ran wie Stadteingang West also das ist ja nicht bauen an einem Verkehrsraum das ist bauen in einem Verkehrsraum also das fruchtbar für uns zu nutzen indem wir eben das was ich vorhin als kritische Revision wir müssen alle diese dem Verkehr geopferten Flächen genau anschauen um zu gucken was können wir für unsere Stadt zurückgewinnen und ich glaube schon dass das eine zutiefst Stadtentwicklungsperspektive ist die kommt vielleicht nicht so fancy daher aber vor dem Hintergrund frage ich mich wieso wir in mindestens der Hälfte der Stadt auf einem Planungsrecht von 1958 arbeiten also wir haben den Bauernutzungsplan von 1958 als geltendes Planungsrecht der ein städtebauliches Leitbild hat der dem überhaupt nicht entspricht was Sie gerade beschrieben haben also das ist ja gar nicht möglich konkret also die Stadt zu verdichten an vielen Stellen weil doch natürlich ist es möglich diese Stadt zu verdichten und zwar in einem wirklichen Aushandlungsprozess das ist dann wenn GRZ GFZ in einem deutlich höheren Maß ermöglicht werden soll ja und ermöglicht werden muss auch anstellen weil wir einfach dann die Bedarfe haben und dieser Aushandlungsprozess den wir führen mit den mit den dann Grundstückseigentümern der ist für die Stadt wahnsinnig fruchtbar also bis hin dazu dass soziale Einrichtungen kulturelle Flächen zur Verfügung gestellt werden also das ist ja dann wirklich eigentlich Tag der offenen Tür zu sagen okay wir verstehen den Handlungsdruck an dieser Stelle aber wir handeln aus welchen Beitrag hat dieses Gebäude dann in einem Umbau oder in einem Neubau zu leisten für das Gemeinwohl für die Stadt ein wirklicher Zugewinn zu schaffen für die städtische Situation ich wollte jetzt erst hier aus dem Publikum und dann Ute Schneider oder direkt dazu Frau Schneider direkt dazu Frau Schneider aber dann vielleicht noch mal ganz kurz also ich glaube Frau Schüller hat schon ein paar Themen auch angesprochen und ich glaube ich habe heute Abend sehr sehr viel gehört über Bauen das ist generell so das ist in sämtlichen europäischen Städten so ist auch in Wien so dass wir haben ganz viele Bauregeln wir haben ganz viel Transformation Umbau alles gut wo wir aber wirklich hinschauen müssen ist wo können wir überhaupt diese biodiversen Klimakorridore im Prinzip herstellen wo sind die Freiraume und wenn wir das nicht im Prinzip einfordern dann kommen wir überhaupt nirgendwo hin also wir reden deswegen bin ich auch inzwischen sehr sehr immer am suchen es ist eben immer dieser Begriff Städtebau es ist Stadtplanung also es gibt ganz andere Themen es gibt die Mobilitätsplanung es gibt die Freiraum grün-blaue Infrastruktur an den Stellen können wir schrauben Paris macht das wir haben auf die Privatflächen keinen Griff an vielen Stellen da müssen wir Regeln geben wie viel Freiraum und Grünrahmen im Prinzip in diesen Arealen aber für den Rest sind es die Straßen Straßeninfrastrukturen Sie haben ja vor Areale angenannt die vielleicht nicht so intensiv beplant sind oder auf denen wir Nutzung haben die wir aber auch für die Stadt brauchen da kann ich drüber bauen also bei einem Event kulturfressen Stadt auf da hieß es ja wir haben keine Flächen mehr in der Stadt das ist nicht so wir haben aber Flächen die wir in die Höhe denken können ohne das was da drunter ist letztendlich rausnehmen zu müssen da müssen wir ran also wie sind diese Infrastrukturen letztendlich anders aufzuladen das sind keine normalen Baufelder das ist nicht ganz einfach aber es geht und das sind das sind die Fragestellungen die wir haben das geht eben nicht nur um also mein Studierende heißt manchmal auch mit eure Aufgabe ist es manchmal eben nicht zu bauen sondern zu schauen wie viel Freiraum wie viel Mobilitäts nehme ich der Straße eigentlich weg um grüne Korridore zu schaffen das geht aber das müssen wir herstellen wir haben so viele Regeln für bauen wir haben viel zu wenig für den Rest das wäre vielleicht interessant mal als Bild im Prinzip wie sind denn diese Inseln diese unglaublichen Inseln der Stadt Berlin wie sind die denn über ihre Freiraum miteinander verzahnt da können Sie extrem viel rausholen jetzt schnell mein Name ist Klaus Zahn von Stadthaus Mensch ich arbeite seit 30 Jahren in dieser Stadt am ökologischen Umbau was bedeutet im Prinzip für den Menschen seine Gemeinschaft im Kontext Erde zu bauen ich bin hierher gekommen wegen dem Titel gute Quartiere entwickeln das interessiert mich und dass wir uns heute im Tautraum befinden das war die Zeit als quasi er mit dem Wagner in acht Jahren Weltkulturerbe über 140.000 Wohnungen geschafft hat die gründerzeitlichen Quartiere wenn wir eine Statistik machen würden würden die meisten hier wahrscheinlich dort wohnen sie sind akzeptiert sie sind wunderbar als ich hergefahren bin habe ich die Stadt durchkreuzt und gedacht im Halbdunkel grauenhaft was ich sehe die Sünden der Nachkriegsmoderne das ist das kalte Grauen und wenn ich mit dem Menschen fühlen ist das furchtbar wo ich immer noch darauf warte dass jemand Verantwortung nimmt und sagt damit ist jetzt Schluss ich habe jetzt Quartiere gesehen ich kann Ihnen sagen ich habe kein gutes Quartier gesehen ich finde das ist im Prinzip die Fortführung des Alten mit neuen Mitteln und Begriffen wie nachhaltig aus der Ökologie kommen muss ich Ihnen sagen staune ich wie viele Leute sich mit diesen adjektiven substantiven schmücken ich glaube die Stadt der Zukunft ist radikal aus der Ökologie zu entwickeln und ganz radikaler Menschen sind nicken aber ich muss Ihnen sagen was ich von Ihnen gesehen habe ist genau auf der Gegenseite Frau Kahlfeld muss ich sagen ich habe da Interessantes gehört weil ich glaube dass sie an manchen Stellen auf dem richtigen Weg sind indem sie nämlich dort wo Stadt funktioniert wieder Instrumente und Bilder aufnehmen die einfach die Stadt geschaffen haben wo die Menschen sich gerne aufhalten also machen Sie da weiter aber eine Forderung aus meiner Sicht oder Ermutigung wäre nehmen Sie das Thema mit der Ökologie ernst und mit der Nachhaltigkeit und es reicht nicht aus dass man passives Mitglied ist bei der DGNB der Begriff ist nicht geschützt und ich staune wie viele sich damit schmücken ohne die Kenntnis zu haben und ich staune wie wenig an der Universität es immer noch gelehrt wird wenn ich mit Studenten rede danke Milla Hacke ist mein Name ich bin Architekturfotografin und auch im Kulturerbenetz wir haben eine rote Liste für bedrohte Bausubstanz und Denkmale in der Stadt da kann man einfach mal rauf gucken und auch helfen die noch weiter fortzuführen wir haben jetzt ja von Frau Kahlfeld gehört dass es genau um Bestandsschutz in der Stadt geht um die Entwicklung ja aber auch um die um die Entwicklung einfach in Berlin wo eben nicht mehr so viel abgerissen werden soll sondern viel gerettet werden könnte und hoffentlich sollte und also ich halte das schon für einfach ein gutes eine gute Idee zu sagen man macht nicht ein schickes Leitbild was so ein Buzzword ist sondern nimmt wirklich die Vielfältigkeit die Berlin bietet für jedes einzelne Quartier aber natürlich für die großen Fragen Verkehrsplanung und Grünplanung und Achsenplanung da müsste viel besser zusammengearbeitet werden und jetzt kommt meine Frage oder auch meine Hoffnung dass einfach der Flächennutzungsplan wirklich großflächig angeguckt wird dass Stadtplanung mit Verkehrsplanung Grünplanung zusammenarbeitet und wie man damit umgehen kann wenn ein Investor einfach einen Flächennutzungsplanungsänderungswunsch hat also Frau Kahlfeld Sie haben gesagt dass Sie dann auch mit den Investoren verhandeln und sagen die haben den Wunsch und die Stadt hat auch einen Wunsch aber dass wir einfach Hamburg angeblich macht es so dass die sagen Hamburg muss zurückkaufen vom Investor dann wird der Flächennutzungsplan geändert von Gewerbe in Wohnungsbau und dann wird es zurückverkauft und Berlin schenkt das einfach her also wenn jetzt ein Investor sagt ach jetzt habe ich gerne ein Gewerbegebiet aber jetzt machen wir Wohnungsbau dann freut sich Berlin und schenkt einfach sozusagen diesen Flächennutzungsplan Änderung Das ist jetzt eine sehr spezifische Frage erlebe ich so überhaupt nicht also im Flächennutzungsplan Änderungen erfolgen also ich bin jetzt anderthalb Jahre dabei das sind ganz also das sind wirklich dann sehr diskutierte und auch schwerwiegende sagen wir mal zu untersuchende Belange und wenn Sie das verfolgt haben da bei Knorr Bremse das war 2018 glaube ich hat man sich das ganze Jahr hindurch darüber unterhalten natürlich der Wirtschaftssenator seine Flächen mit ich sag mal Hauen und Stechen verteidigt weil Berlin auch Flächen braucht für produzierendes Gewerbe und also leichtfertig wird das alles nicht gemacht es werden jetzt natürlich sagen wir mal größere Konzessionen für das Wohnen würden ermöglicht werden aber die Willensbildung und auch die sagen wir mal die Instrumente um diese neuen Stadtquartiere um die Potenziale für das Wohnen zu wecken hat man ja schon 2017 gemacht also das ist ja schon fünf Jahre her wir erfinden jetzt vielleicht außer Elisabeth Aue die halt wieder auf die Tagesordnung gekommen ist wir erfinden jetzt keine neuen Wohnquartiere das ist alles aus dem Stadtentwicklungsplan Wohnen gemeinsam mit den Bezirken in jahrzehntelanger Diskussion Lütke Daldrup fällt mir da ein oder auch Efraim Goethe die alle mal in der Verwaltung gearbeitet haben also das werden jetzt keine neuen Gewerbeflächen entwidmet um dort Wohnen zu ermöglichen das sind Prozesse die schon gelaufen sind und es ist halt sagen wir mal mit den 20.000 Wohnungen die pro Jahr gebaut werden sollen wissen wir alle auch und da müssen wir uns auch ehrlich machen in diesen Zeiten mehr als schwierig und es ist auch es sind wirkliche Konflikte also zu bauen unter dem Eindruck so eines absaufenden Ahrtals ich glaube den Knall haben dann spätestens bei den Bildern alle gehört und ich bin Ihnen dankbar darüber dass Sie auch über die über die Grünflächen sprechen und natürlich auch über die Kaltluft schneisen das ist gängige Praxis also das ist wirklich das wenn jeder von uns der hier plant kennt das glaube ich hoffe ich wie unglaublich gewissenhaft solche Dinge mittlerweile geprüft werden genau weil man das verstanden hat und das ist jetzt auch die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz die dafür zuständig ist ich teile ihre Kritik die Senatsverwaltungen Hauptverwaltungen müssten deutlich besser zusammenarbeiten was aber nie so war schnell das weiß ich nicht als es vielleicht ganze Verwaltungen gab die eben Stadtentwicklung und Verkehr gehört eigentlich zusammen ich würde versuchen genau vielleicht jetzt noch diese eine Frage und dann kommen wir zu unserem von unserer Seite letzten Punkt erstmal und zwar die Frage die auch schon eingefordert wurde Beteiligung ja da schließt das auch ganz gut an ich bin Ole Kloss ich bin Kulturschaffender und bei Deutsche Wohnen und Co Enteignen aktiv das war ja auch schon Thema kurz und mir geht es tatsächlich um die Beteiligung und um die Prozesse also ich bin auch hergekommen weil es ja um die Entwicklung von Quartieren und um die Prozesse ging und da haben wir ja ein Quartier in Berlin was sich da sehr gut eignet ein Modellquartier das entwickelt werden soll und zwar am Molkenmarkt und ich will mal ein paar Zitate reinbringen um meine Frage dann zu stellen und zwar sagte Manfred Kühne aus der Senatsverwaltung am runden Tisch Liegenschaftspolitik am 18. November die Leitlinien aus der Bürgerinnenbeteiligung sind für uns bindend die haben wir im Senat beschlossen und dem Abgeordnetenhaus zur Kenntnis vorgelegt dann ein paar Zitate aus der aus der Bürgerbeteiligung aus den Leitlinien die Vision zum Molkenmarkt ist getragen vom Gedanken eines kooperativen Stadtquartiers Der Molkenmarkt steht für ein neues Miteinander er wird vom Wissen der vielen gestaltet geformt und ist das Ergebnis einer interdisziplinären Kooperation weniger die Ästhetisierung der Räume als die attraktiven Aneignungsqualitäten laden zum steten Mitwirken ein und verhelfen dem Molkenmarkt zu einer starken eigenen Identität In der Auslobung für den städtebaulichen Wettbewerb wurde dann geschrieben und also alle die den hier gelesen haben haben es auch gelesen an zwei Stellen wurde erwähnt dass ein Team ausgewählt werden soll es stand dort das ausgewählte Planungsteam es waren am Ende zwei Teams die sich in Konkurrenz gegenüberstanden es sollte das ausgewählte Planungsteam und das Preisgericht sind eingeladen sich bei der Formulierung einer Charta für die weitere Entwicklung des Quartiers um den Molkenmarkt zu beteiligen und zwar zum Schluss ja ich habe noch eins da ist nur noch da ist nur noch die Frage drauf es geht nicht mehr lang weiter genau und dieser eine Entwurf sollte eben konsensual ausgewählt werden und alle Anforderungen möglichst breit abdecken dann gab es die Empfehlungen der Jury die in ihrer Senatsverwaltung verändert wurden und in der Presse konnte man lesen dass die Jury eigentlich gefordert hatte bei der Entwicklung eines der herausragendsten Quartiere der Stadt bildet großmögliche Transparenz und Offenheit eine wichtige Voraussetzung bevor die Charta und ein Masterplan erarbeitet werden soll zuallererst ein Beirat Molkenmarkt installiert werden der Beirat soll helfen die komplexen Prozesse der Quartiersentwicklung Entschuldigung ich würde gerne die Fragestellung ich möchte einfach nur einmal die Fragestellung was ist die Frage die Fragestellung wann geht dieser Prozess los also wann geht der weiter wann wird dieser kooperative Prozess am Molkenmarkt weitergeführt der ist im Moment in der Senatsverwaltung verschwunden und verschollen und es gibt diese wunderbaren Leitlinien die ganz toll erarbeitet wurden von vielen vielen Beteiligten die waren auch die Grundlage des ganzen Verfahrens aber jetzt sind die irgendwie nicht mehr gültig also ich würde danke für die Frage also die Frage wann geht der Beteiligungsprozess am Molkenmarkt los nach dem Abschluss des Verfahrens und vielleicht auch im Anschluss wo steht das Verfahren vielleicht interessiert es auch einige andere das passt ganz gut zu dem eigentlich tatsächlich zu dem was wir fragen wollten was uns tatsächlich allen unter den Nägeln brennt wie viel Beteiligung Kultur Beteiligungskultur braucht man und bevor wir gleich zum Molkenmarkt kommen wollte ich tatsächlich diese Frage auch noch stellen an Frau Schneider was tatsächlich also was ist aus ihrer Erfahrung also wie viel Beteiligung brauchen wir weil Beteiligung ist ja ein das ist tatsächlich ein stadtplanerisches Thema ich kenne es als Baugemeinschaftsarchitektin auch aus dem Objektplanungsthema also aus dem aus dem Planen eines Gebäudes bei mir ich habe da da schlagen zwei Seelen in meiner Brust als ich bin einerseits begeistert von Beteiligung aber wir haben auch in den letzten fünf Jahren aus meiner Sicht sehr schwierige Beteiligungsprozesse erlebt und zwar in dem Fall wo gedacht wurde dass Prozess Raum und Qualität ersetzen kann ich sehe ich also prinzipiell ist es so dass ich glaube Beteiligung wichtig ist die Frage ist wann zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Fragen und wie sind sie auch organisiert die schlimmsten Beteiligungsprozesse ich habe mehrfach davon auch einen in Berlin mitbekommen sind die wo man irgendwelche Dinge dann versucht auf einer Ebene zu diskutieren in einer breiten Maße die in der Form nicht gehen da muss man extrem aufpassen und man muss extrem gute Teams dazu die Erfahrung haben das zu tun und hier ich war auch hier mal im Beteiligungsprozess da bin ich dann auch dagegen angegangen gegen in welchem denn? rrw-gelände wo ich dann gesagt habe ihr habt jetzt ein Jahr lang mit einem extremst gut orchestrierten Prozess im Prinzip mit allen Beteiligten hier Ergebnisse gezielt und bloß weil sich mal irgendwer einen Kopf aus einer Beteiligten Gruppe im Prinzip geändert hat hat man das Ganze dann in Frage gestellt da bin ich dann auf die Barrikaden weil ich gedacht ich habe hier meine Zeit verplempert das finde ich einfach nicht in Ordnung gleichzeitig gibt es genügend partizipatorische Prozesse die als Scheinpartizipation im Prinzip aufgelassen die sind auch extremst heikel und zu vermeiden und ich glaube man muss schon eben schauen wo beteilige ich und wie und welche Fragen stelle ich da also man kann Stadtplanung tut mir leid nicht im Konsens nur generieren sondern ist ein Aushandlungsprozess ich habe vorher glaube ich auch ein Beispiel gezeigt ich habe das nicht genannt also diese Baugruppen zum Beispiel die sind in Wien sehr sehr gute in diesen demokratischen Aushandlungsprozess dieser einzelnen Beteiligten haben sie im Prinzip geschafft innerhalb eines Areals dann auch wirklich was zu entwickeln wenn es dann auf eine übergeordnete geht ich glaube ich muss die Fragen abholen ich muss auch die Leute abholen ich muss aber auch sagen wo ich dann mal wieder mit Experten das anschauen muss das ist glaube ich extrem wichtig also ich bevor ich bevor sie vielleicht gleich zum Thema Molkenmarkt und überhaupt Integration der Beteiligung kommen würde ich da gerne noch mal einhagen also ich habe tatsächlich also ich denke einerseits braucht es eine Beteiligung also quasi auf stadtplanerischer Ebene um sowas wie einen Bedarf zu ermitteln also auch die Frage der Nachbarschaften wer möchte eigentlich was was ist die Identität dieser Räume und dann muss man aber doch danach erst mal Räume entwickeln so stelle ich mir das zumindest vor um wieder über diese räumlichen Qualitäten zu sprechen und das wäre einfach mein unbedingter Wunsch als Architektin auch dass wir in den Beteiligungsprozessen dazu kommen über Räume zu reden also weil wir leben in Räumen und wir leben nicht in Prozessen wir leben in Räumen und die Bedeutung von Raum wieder in den Vordergrund zu stellen und ich glaube dass wir dann auch zu ganz anderen und viel qualitätvolleren Beteiligungsprozessen kommen würden wenn wir tatsächlich über die Dimension und die Bedeutung des Raumes auch des gemeinsamen Raumes es geht einmal um den Stadtraum aber es geht auch um Erschließungsräume und es geht um Wohnräume oder Arbeitsräume ja Frau Kalfeld Thema Frage was wie geht es weiter mit dem Beteiligungsprozess beim Holkenmarkt also der Molkenmarkt ist glaube ich auch so ein Verfahren gewesen wo tatsächlich wahnsinnig vorbildlich weit über die Leitlinien der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern eine Partizipation möglich war wir alle erinnern uns 2016 wurde ja der B-Plan festgesetzt und dann gab es sechs Jahre lang diese städtebauliche Qualifizierung diese Prozesse erst durch den Wettbewerb und dann eben durch das Werkstattverfahren was Sie auch gerade angesprochen haben jeder einzelne Planungsschritt wurde und Sie werden sich auch erinnern weil ich denke Sie haben das dann auch Sie haben sich daran auch beteiligt wurde über alle Vorgänge informiert die Akteure wurden eingebunden mit dem Ziel eben Prozess den Prozess an und für sich und auch das Ergebnis zu optimieren um so halt zu einer bedarfsgerechten Planung zu kommen alle derjenigen die eben dort sagen wir mal einen Beitrag zu leisten hatten also das heißt es wurde darüber gesprochen und das war auch das Ziel und ich glaube nur so geht es auch dass man gemeinsam spricht wie kann ein Planungsziel erreicht werden und nicht dass es darum geht ob es überhaupt ein Planungsziel gibt also das ist das was Sie vielleicht auch gerade angesprochen haben das weiß ich nicht und die Leitlinien für die Beteiligung ist ja was was vom Abgeordnetenhaus auch bestätigt wurde und das ist auch Praxis jetzt kommen wir zum Molkenmarkt ein Wettbewerbsverfahren leider hatten ja nur neun Büros überhaupt ihre Teilnahme zu dem offenen Verfahren ihr Interesse bekundet dann haben diese neun Büros oder zehn waren es und einer wurde disqualifiziert weil irgendwie die Arbeit irgendwie halt dementsprechend war und aus diesen neuen Arbeiten hat man dann zwei Wettbewerbsgewinner genauso wie es in der Auslobung stand gekürt dann ist es praktisch aus dem RPW Wettbewerbsverfahren in ein Werkstattverfahren überführt worden wo die Senatsverwaltungen Kultur Stadtentwicklung Verkehr waren ja Landesdenkmalamt und so weiter alle Hauptverwaltungen und auch weiß ich ein riesiges Verfahren und dann hat die 21 köpfige Jury sich dazu entschlossen nicht eine Arbeit sondern beide im Verfahren zu behalten weil sie tatsächlich nicht nur die besten Arbeiten waren aus den neuen sondern weil jede Arbeit auch für sich eine ganz eigene Qualität hatte und das wurde ich meine wie viele Verfahren kennen wir wo steht erster, zweiter, dritter Preis zwei Ankäufe und nachher gibt es zwei zweite Preise und keinen dritten und dafür also das sind ja dann Prozessergebnisse oder Ergebnisse die aus diesem Prozess heraus sich so herausgestellt haben und ich verwehre mich einfach dagegen und ich weiß dass der Molkenmarkt ein sehr symbolträchtiger Ort ist wir könnten jetzt auch über die Bauakademie sprechen verstehen Sie okay es geht ja genau also das städtebaulich Qualifizierungsverfahren hat im Grunde geendet mit dem Schlusskolloquium und mit den schriftlichen das haben Sie auch gerade angesprochen mit den schriftlichen Empfehlungen an das weitere Vorgehen so und die haben wir natürlich nicht verändert es gab eine Redaktionsgruppe 21 Personen haben während dieses Schlusskolloquiums Texte gemacht neun Patenschaften für die unterschiedlichen Sektoren haben gedichtet dann gab es eine Redaktionsgruppe die einfach das sprachlich irgendwie in ein Duktus gebracht hat Sie können sich vorstellen wenn so viele Gruppen Texte machen so und also die Senatsverwaltung hat gar nichts verändert weil wir hatten ja auch gar keine Aktien da drin es gab ich würde ja es wurde verändert aber nicht von der Senatsverwaltung sondern von der Redaktionsgruppe selbst rufen Sie Frau Christa Reicher an ist auch meine Standardantwort fragen Sie sie Frau Reicher hat glaube ich ausreichend ich würde ich würde da ganz Entschuldigung ich würde da ganz gerne mal also in dieses Zwiegespräch dazwischen gehen wir wissen ja dass es auch ein hoch politisches Thema ist und ist so und also es ist es ist einfach im Raum ich würde ich glaube aber was also was mich persönlich sehr interessiert und ich glaube was viele im Raum interessiert was ist eigentlich der Stand so also bevor wir jetzt darüber reden wann wer was vielleicht verändert hat oder nicht was ist der Stand wir reden jetzt über Stand jetzt und nicht über die Historie und was wie soll es weitergehen genau also das was soll beteiligt werden im Grunde fahrplanmäßig so wie man das auch nachvollziehen kann auf der Seite Molkenmarkt der nächste Schritt ist eben diese Charta diese Art Selbstverpflichtung auszuarbeiten aber aus dem Schlusskolloquium kamen kam die Notwendigkeit für weitere vertiefende Gutachten das ist betrifft vor allen Dingen Mobilität und Entsorgung die gar nicht geklärt war die Qualität auch der Freiräume Archäologie Regenwasser und überhaupt die Energie in diesem ganzen Quartier das musste erarbeitet werden das ist teilweise in der Verwaltung teilweise sind es andere Verwaltungen teilweise sind es externe Machbarkeitsstudien um besser zu wissen dann wird daraus ein Masterplan erarbeitet und es wird ein Gestaltungshandbuch jetzt für die Blöcke A und B also das macht die Verwaltung doch es wird ein Gestaltungsgremium Molkenmarkt geben wir hatten ja vorhin auch darüber gesprochen wie sichert man eigentlich die Qualität bis zur Realisierung des Projektes und in der Senatsverwaltung gibt es zum Beispiel also für die Siemensstadt was ja auch eine sehr sehr große Quartiersentwicklung ist gibt es das sogenannte Begleitgremium Herr Pennell gehört diesem Begleitgremium als das Büro an was den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen hatte und genau das gleiche ein Gestaltungsgremium Molkenmarkt wo eben sowohl die Entwurfsverfasser dieser beiden noch im Verfahren gebliebenen Arbeiten beteiligt werden sollen genauso wie Vertreter aus den anderen Gremien die das Land Berlin beraten Landesdenkmalamt das hat natürlich mit den archäologischen Fenstern zu tun auch aus dem Gestaltungsbeirat für öffentliche Räume und aus dem Baukollegium sagen wir diejenigen die sich sowieso beratend dort dann ist sind aus dem aus der Jury sind zwei Personen entsandt das ist das Gestaltungsgremium was aber ab dem Punkt also jetzt auch also ja demnächst zu konstituieren was dann eben aber auch genau diesen Charta-Prozess und jeden einzelnen Schritt also die Leitlinien haben Sie ja genannt also die programmatischen Quartiers Leitlinien die Entwürfe wie sie aus dem Wettbewerbsverfahren die Entwürfe wie sie vertieft wurden im Bergstadt 21.15 stopp 21.15 das muss jetzt verschoben werden auf später mach du bitte eine runde Veranstaltung zu Ende und dann muss ich noch was sagen das kann ja sein ist aber so da müsst ihr gleich miteinander privat reden ich kann auch keine Nein so eine 21.15 guter Hinweis wir haben jetzt zwei gute zwei Stunden hier angeregt über die Frage diskutiert gute Quartiere entwickeln wie macht man das ich hätte noch wahnsinnig viele weitere Fragen ich denke wir müssen das vertiefen noch also oder weiter weiterführen das Thema wir hatten eigentlich die Idee dass wir Frau Schneider bitten eine Frage noch an Frau Kalfeld zu stellen und andersrum Frau Kalfeld eine Frage an Frau Schneider zu stellen schaffen wir das noch oder wird das zu lang das machen wir kurz nach dieser ganzen Diskussion hier fragen soll also das sind weil ich verstehe schon vielleicht dass ich habe heute Abend viel über Bau gehört und Transformation im Bestand was wir grundsätzlich auch immer tun weil Städtebau ist Transformation der bestehenden Stadt und Umbau der bestehenden Stadt wie sehen Sie das im Prinzip auf einem größeren Maßstab und in welcher Form glaube ich und das finde ich für Berlin aber auch Wien muss ich ganz ehrlich gestehen und andere Städte aber Berlin im Speziellen und Wien auch eigentlich die Thematik der Stadtentwicklung in welcher Form müsste sie losgelöst von Legislaturperioden betrachtet und geplant werden das finde ich essentiell ja da haben Sie recht und auch die Frage wann wird was gemacht diese Abhängigkeiten von Legislaturperioden diese Abhängigkeit auch von politischen als man ist ja eigentlich als Planer immer sehr gut beraten und überhaupt gut beraten die Politik so weit wie es geht außen vor zu lassen weil ganz viele sach- und fachfremde Argumente dann auf einmal dazukommen die sagen wir mal nicht immer zuträglich sind gerade für die Stadtentwicklung die eigentlich genau diesen langen Atem und den großen Horizont braucht also ich glaube das ist tatsächlich ja die großen generieren wir Vielfalt ja also es gibt natürlich Vorstellungen davon gerade für den Molkenmarkt wenn wir über den Molkenmarkt sprechen stand in der Koalitionsverhandlung Koalitionsvereinbarung drin was wieder Teil der Regierungsarbeit ist und auch die politische Agenda kleinteilig vielfältig und eine schöne Architektur dem würden wir wahnsinnig gerne endlich auch mal wirklich nachkommen und nicht immer freudlose Debatten führen über symbolträchtige Geschichten ich habe mich noch nie wirklich mit irgendeinem außerhalb jetzt der Verwaltung und mit den entwerfenden Architektinnen und Architekten über Grundrisse Fassaden über die Quartiere über die Räume dort unterhalten weil alle immer irgendwie sich aufhängen an irgendwelchen merkwürdigen ja wir haben dann haben wir jetzt zwei schon zwei wunderbare Themen für eine nächste Runde und zwar die Frage was für Instrumente können wir etablieren um eine Kontinuität hinzukriegen dass wir politisch unabhängig agieren können finde ich für den Wohnungsbau auch hervorragend und wie generieren wir Vielfalt so das wäre schön ja gut wollen wir damit enden ja oder wollen Sie noch eine Frage also was was mir gerade mit der Seestadt wir waren ich war in Wien natürlich gewesen und habe mir dort die die IBA Projekte angeschaut und mit in der Seestadt haben wir besonders viel Zeit verbracht weil es natürlich auch wirklich ein interessantes Quartier und ein komplexes Quartier ist was also was mir wirklich die ganze Zeit auf der Seele brennt ist also die die Räume die generiert werden ich meine man erlebt eine Stadt über ihre die Qualität der öffentlichen Räume und sagen wir mal der Landschaftsteil in der Seestadt absolut überzeugend also die Situation dort an dem See und die Menschen wie sie sich dort aufhalten und das hat wirklich das drückt ganz viel Lebensfreude und und auch tiefste Zufriedenheit mit diesem neu entwickelten Stück Stadt oder mit dieser Stadt aus und dann aber die öffentlichen Räume innerhalb der dann Stadt die Straßen und auch die Plätze die fand ich jetzt eigentlich also hinter den Erwartungen die man dann so wenn man weiß das Regenmanagement wenn man weiß das Entsiegelung wenn man irgendwie über die autoarme Nutzung der Straßen zu einem anderen Bild kommen muss von Straße dass das an keiner Stelle dort eingelöst war das würde mich an der Stelle jetzt wo Sie da sind und kompetent aus das ist wirklich gute Frage vielen Dank aber erstes mal haben wir diese Stadt nicht geplant werden sie auch so nicht geplant zweitens mal ist es ein Ergebnis Sie haben genau den runden Punkt gefunden also das sind im Prinzip die öffentlichen Räume die teilweise urbane Räume bestellt waren die im Nachhinein schreiend mit allen möglichen durch die Gazetten gezogen im Prinzip jetzt leider Gottes und das sage ich Ihnen auch machen Sie das bitte nicht von den Magistratsabteilen geplant werden ohne Gestalter das ist wirklich katastrophal das sollte man nicht tun weil da sind bestimmte andere Aspekte dann wie direkt an der U-Bahn durch Wegungslinien und so weiter dann leider dann ist im Prinzip in der Stadt Wien das Ganze also ich finde auch diese Ringstraße viel zu breit jetzt schauen Sie sich aber mal die ganzen anderen Straßen in Wien auch an die neu geplanten da ist ganz viel Luft nach oben die zu verschmellern Grünräume einzubauen das was man jetzt ausprobiert im Prinzip da wirklich Schwammstadt Körfer reinzubauen im Prinzip sozusagen wirklich große Grünbereiche wie es an der alten Ringstraße gibt zu planen weil die sind alle überdimensioniert die sind alle autobasiert geplant und das Problem ist dass man da die ganzen planungsrechtlichen Regeln ändern muss und das muss jemand in der Politik tun und das macht im Moment einfach keiner das gilt aber auch hier das heißt wir müssen im Prinzip genauso wie Paris wir müssen weniger wir müssen andere multimodale Straßen generieren die auch andere Nutzer zulassen nicht nur dieses Auto das geht die sind nämlich noch im Durchsatz zweieinhalb mal schnell durchsatz offener nach oben also das zweieinhalb fache Frequenz eine multimodale Straße ist zweieinhalb fach frequenter hochfrequenter als eine Autostraße da müssen wir hin und da haben wir auch einen Hebel drauf da haben sie auch einen Hebel drauf als Stadt das zu tun sind auch die einzigen Räume in denen wir das wirklich machen können der Rest Privatgrund Ja jetzt bleibt mir allen ganz herzlich zu danken insbesondere Frau Schneider für ihr Kommen aber auch Frau Kalfeld dass wir hier schon den zweiten Abend zusammengestalten es war wirklich mir eine Freude bevor der Abschlussapplaus kommt eine kurze Ansage genau das höre ich schon bitte heben sie ihre Gläser hoch wenn sie jetzt raus gehen und das zweite ist wir leben in Räumen nebenan in dem Raum befindet sich Kunst und zwar eine Spurensuche der deutsch-koreanischen Künstlerin Jiwi Lee diese Werkzeigen den Wert der Permanenz es geht um Weiterbauen Weiterentwickeln Sie sehen zwei Kunstwerke ein Bodenbild aus Lieberschwanz Dachziegeln da können Sie die Umwelteinflüsse drin sehen die sich eingebrannt haben und Sie sehen ein Raumbild aus traditionellen Hanji Papierböden die Lee aus alten koreanischen Häusern entnommen hat und diese zeigen Spuren einer Wohnkultur vor allem aber es ist Kunst teuer versichert deswegen gehen Sie bitte nicht mit den Weingläsern da rein und bitte heben Sie auch die Weingläser auf die Sie mit in den Raum getragen haben Dankeschön Ja Jetzt noch ein Getränk und weiter diskutieren Dein wo Hom w 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 Vielen Dank.